Jeremias Gotthelf, die Frau Pfarrerin. Erzählung von 1854. Gesprochen von Jochen Kaiser. Eine Hauptsache für jeden Menschen, welche bei weitem nicht genug beachtet wird, ist zu wissen immer da, was für Zeit es sei. Wer die Sache kurz nimmt, wird die Nase rümpfen und sagen, schwer sei das nicht, wenn man eine Uhr habe, und so wichtig sei es auch nicht, habe man ja doch eben die kürzeste Zeit, wenn man vergesse, was für Zeit es sei. Wenn man nur die S-Glocke nicht überhöre. Selb sei allerdings fatal. Der Ausdruck hat aber eine weitere Bedeutung, wie die meisten wissen, und diese werden die Wichtigkeit dieser Kenntnis zugeben und zum Kalender raten, der zur gründlichsten und umfassenden Kenntnis der Zeit verhelfe. Der zeige, wenn Neu und Wedel sei, und die Zeichen alle, wenn Haarschneiden gut sei, und beschütten, und Bohnen setzen, und's Acker fahren, und den Hühnern die Flügel beschneiden, dass der Habicht sie nicht nehme, und Weizen säen, dass die Spatzen ihn nicht fressen, wenn es regnen, wenn es winden werde, wann man daheim zu bleiben habe, wenn man nicht vernagelt sein wolle. Ja, darin könne man sogar sehen, wann es heilige Zeit sei, absonderlich heilige Sonntage, was zu wissen Bäckern und Kommandanten absonderlich nottäte. Den Ersten, damit sie nicht das Nachtmahlbrot zu backen vergessen, den Anderen, damit sie wüssten, wann sie, allen Bären wirtens trotz, nicht tanzen lassen sollten, sondern sie und ihre Offiziere samt Soldaten sich anständig aufführen. Den Pfiffigsten wird diese Auskunft nicht genügen. Sie werden sagen, um die Zeit, über die man Auskunft in den Kalendern finde, gäbten sie wenig. Aber pfiffig werden sie sagen, die rechte Zeit und die wichtigste hätte ihre eigenen Organe, aus denen lerne man sie kennen. Und das seien die Zeitungen. Oh nein, der Meinung sind wir nicht. Da ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, sagt der Apostel Paulus. Jetzt sehen wir wie durch einen Spiegel in einem Rätsel. Da sieht man nicht einmal, wann Kaffee kaufen, gut oder Korn verkaufen. Nicht, ob man einen Stock zum Spazieren mitnehmen soll oder einen Regenschirm. Da sieht man bloß eines, das leicht man zum Toren wird, wenn man sich für einen Weisen hält, dass man oft Torheit findet, wo man Weisheit gesucht. Der Kalender, welcher uns immer am besten gefiel, am sichersten anzugeben schien, was für Zeit es sei, ist der Markt eines bedeutenden Ortes, auf welchem dessen Bevölkerung sich mit Lebensmitteln versieht. So auf einem Markt davon allerlei, vom oberen Tore bis zum unteren Tore. Was man da nicht alles sieht und wie die Zeit von dannen rennt und was man nicht alles für Leute kennt, wenn es Winter ist, das merkt auch der Dümmste an der eigenen roten Nase erstlich und an den Nasen der Marktweiber, an ihrem Wärmapparat verschiedener Art, an kurzen Märkten und raschen Laufen der Kaufenden, am Mangel eleganter Damen, ausgenommen ums Neujahr herum, wenn sie den fetten Gänsen, guten Enten, anderem Wildbret und sonstigen Leckerbissen nachstreifen. Daneben ist der Markt nicht uninteressant. Er enthält die ausgepackten Vorratskammern der Umgegend, im Herbste das Eingekellerte, Eingesetzte von allen Sorten, welches nach dem Neujahr immer mehr zusammenschmort, wenigstens an Frische verliert, bis nach und nach die Gewächse aus Treibhäusern und Kusch auftauchen, Rübchen wie Nädelchen und Salatstäutchen, die durch das Vergrößerungsglas sichtbar werden, Spinat mit den schnellen Beinchen, die sich nirgends ordentlich stille halten wollen. Zu Zuckererbsen und Bohnen gelangt man bei uns trotz aller List und aller Mühe erst viel später. Dann kommt, was unterm Schnee verborgen lag. Das Nüßlikraut, die Rabünzli, das Sollkraut und so weiter. Da kommt die Köchin Markttag um Markttag mit was Neuem heim, wo man nicht darauf zu achten hat, ob das Gemüse sechs Kreuzer oder sechs Batzen kostet und mit dem Beisatz »Lüget, Frau, kum es Hemfli und sollte drei Batzen kosten und z' Not konnte ich einen Kreuzer abmärten.« An Orten, wo es knapper geht und die Kreuzer gewogen werden, kommt die Köchin bloß mitberichten »Es wär wohl öppes anders, Darksi, es klein Körbchen mit Rabünzli, aber gar hagelt's dürr, das ganze Körbli für sieben Batzen und wir hätten nicht für einmal genug gehabt. Ihr hättet mir ein schönes Gesicht gemacht, wenn ich damit heimgekommen wäre.« »Es ist fatal«, sagt dann die Frau. »Der Herr gränet erfange«, schneidet Gesichter, »über alle Winterküch und wird doch dann nicht ausrücken mit dem Geld.« Er begreift nicht, dass wenn man zuerst von einer Sache haben will, man es doppelt so teuer zahlen muss als einige Wochen später. »Ja, geht mir mit den Herren, es hat in Gottes Name keiner mehr Verstand einer Kleblaus groß.« »Das ist ihnen daheim nichts wohlfeil genug und nichts gut genug. Da sollte man ihnen daheim für ein Fränkl für die ganze Haushaltung kochen so gut, als sie für sich allein kaum halb genug kriegen um dieses Geld.« »Nun wird es recht kurzweilig auf dem Markte. Jeden Tag was Neues, namentlich, sobald die Temperatur es erlaubt, auch Blumen und Blumenstöcke. Erst hier auf den Steinen sieht man die Entfaltung der Natur in ihrer Mannigfaltigkeit und ihrem Reichtume so recht augenscheinlich. Es kommen die ersten Erdbeeren aus sonnigen Rheinen, die ersten Kirschen von Basel her, die Bohnen aus dem Wistelach, die Erbsen von den Halden um die Stadt. Und ein Birnbaum nach dem anderen sendet seinen Segen, bis ein Kühn weit mit den ersten Erdäpfeln kommt, unbekümmert darum, wie manchem Stadtherren es Bauchweh kramet. »Warum frisst er, wenn es ihm nicht wohlmacht?« würde es auf daherige Vorwürfe sagen. Je mehr das Neue überhandnimmt, desto seltener wird das Alte, desto mehr sticht es gegen das Neue ab. Die eingeschrumpften Erdäpfel, die eingefallenen Äpfel, die runzlichen Birnen. Aber nicht desto minder wert sind sie. Oft stehen im Preise sie viel höher als das verdächtige Neue, von dem man so recht nicht weiß, taugt es etwas oder nichts. Denn begreiflich kömmt es am Ende denn doch darauf an, nicht ob eine Sache jung ist oder nicht, sondern kann man sie brauchen oder nicht. Je mehr das Alte schwindet, hier und da nur noch ein Halbdutzend Äpfel in die Ecken eines Korbes sich schmiegen, desto massenhafter rückt das Neue an. Die Köpfe der Marktweiber reichen nicht mehr aus als Transportmittel. Da müssen Wagen und Pferde her und hochgetürmt ziehen Cabis Köpfe ein, füllen Plätze aus, machen den Strohköpfen in der Stadt den Rang streitig. Selbst jetzt noch, wo sich dieselben doch durch so viele Eidgenossen verstärkt haben. Jetzt legt das Jahr die Proben ab über den empfangenen Segen. Man kann es von Weitem sehen, ob die Käufer um einen Wagen sich drängen oder, wir möchten fast sagen, die Wagen um die Käufer. Und kömmt man näher, so empfindet man den richtigen Standpunkt ganz bestimmt an den Wistlachern. Sind sie zärtlich? Dann aufgepasst, dann haben die Zwiebeln, Gurken und andere Herrlichkeiten in Hülle und Fülle mehr als ihnen lieb ist. Sind sie aber noch gröber als sonst? Dann zugegriffen ohne Komplimente. Aber nicht bloß die Verschiedenheit der Jahre, merkt man. Wer 50 Jahre gelebt hat, merkt um diese Zeit besonders einen gar mächtigen Unterschied zwischen Ehedem und Jetzt. Ehedem ging es um diese Zeit bis gegen Weihnacht viel lebhafter, wir möchten fast sagen wilder zu. Da kellerte man noch ein, machte Vorräte auf den Winter, machte Kabis ein, metzgete sogar. Seit aber die baumwollenden Hemdchen aufgekommen sind, welche man gemacht kauft, weil Weib und Töchtern keine mehr nähen können. Seitdem macht man nicht Kabis ein, metzget man nicht. Beides stinkt und macht Mühe. Man kellert auch weder Äpfel noch Erdäpfel ein. In Vorräten liegt alleweil ein Schaden, totes Geld und Abgang. Ein unnötig Geschlepp und wirklich an vielen Orten nachts nicht mehr so viel Speise, um eine hungrige Maus zu sättigen. Da sieht man aber eben auch, was für Zeit es ist. Ja, noch viel mehr sieht man, wenn man nicht bloß in die Körbe der Verkaufenden, sondern auch in die Gesichter der Käufer sieht. Da kann man Betrachtungen anstellen über die Zeit im Allgemeinen und die Zeit im Besonderen. Da kann man merken, ob es eine Gesegnete oder Ungesegnete ist in dieser oder jenen Gegend und in diesem oder jenem Hause. Wie auf die Üppigkeit die Spärlichkeit folgt. Wie der Glust wäre, wenn das Geld noch wäre. Lustig ist, wie in bestimmten Häusern ein regelmäßiger Wechsel ist, wie zwischen Ebbe und Flut. Das man mit Sicherheit aus dem Marktkorb beschließen kann, besonders wenn die Frau selbst noch Einkäufe besorgt. Beginnt ein Monat oder geht er zu Ende. Wenn ein Quartal der Mond wäre, könnte man auf dem Markte an heiter hellen Tagen sehen, in welchem Stadium er wäre. Und drei Wochen nach dem Neujahr bis gegen Ostern werden sicherlich auch in den Marktkörben die Fasten sehr merkbar sein. Und wie erst die Leute selbst kommen und verschwinden, mager werden oder fett, avancieren oder verkümmern, es ist merkwürdig. Da drohlet der Stoff zu den interessantesten Lebensbeschreibungen recht eigentlich auf der Gasse herum. Wahrscheinlich werden auch die Herren, welche bedächtigen Schrittes mit den Händen auf den Rücken, den Augen in allen Körben und in allen Gesichtern, Geschichtsforscher sein, welche hier auf dem Markte auf- und abwandelnd Neuperipathetiker ihre wichtigsten Geschichtsstudien machen oder Figuren in Novellen suchen. Anfangs wird es ihnen gehen wie anderen. Sie sehen ein buntes Durcheinander ohne besondere Merkmale, ohne eigentümliche Züge. Erst bei längerem Beschauen trittet das Besondere auseinander und Einzelnes macht sich bemerkbar, trittet immer eigentümlicher hervor, so dass, fehlt es einmal im Gemenge, der Besucher es vermisst und sucht. Er hat das Ganze nicht mehr, das Vermisste muss eine Lebensveränderung erlitten haben. Welche nimmt einen Wunder? Doch es gibt nicht Männer nur, welche Anlage haben zur Geschichtsforschung, daherige Studien unwillkürlich machen und sich auf dem Markte auch um die Menschen kümmern und nicht bloß um Rüben und Rabünzli. Wir hatten eine Base, eine couragierte Frau mit hellen Augen, raschen Entschlüssen und Urteilen, sie hätte den besten Schützen gegeben. Ein Blick und Paff, zach war richtig. Sie kam in ihren Reden, mit denen sie nicht karkte, oft auf ihre Markterfahrungen. Am liebsten redete sie davon, wie sie immer lange voraus gewusst, ob eine Haushaltung verlumpen werde oder nicht. Wenn eine junge Frau alle Erstlinge gekauft, ihr nichts zu teuer gewesen, bei keiner jungen Ganz habe vorbeigehen können, so habe sie in der Regel es getroffen, wenn sie gedacht, kauf du nur, du armströpfli, es kömmt dir schon anders, wenn du Verstand hast und hast keinen, je nun, so ist es nicht schade um dich, wenn dir auch das Geld ausgeht. Richtig habe ihr keine lange das Beste vor der Nase weggekauft. Sie war unerschöpflich in Geschichten über dieses Thema. Doch sah sie aber auch noch anderes als der Menschen Schwächen, auch das Bessere, Anmutige entging ihr nicht. Kurz, selten etwas Bemerkenswertes. Mit besonderer Vorliebe hielt sie folgendes Marktbild fest, aber sie musste in recht weicher, schöner Stimmung sein, wenn sie es zum Besten geben sollte. Vor einigen Jahren erzählte sie, traf man jeden Markttag, außer bei ganz grundschlechtem Wetter, eine eltliche Frau. Sie fiel weder durch ihre Kleidung auf, noch durch ihre Gestalt. Die Kleidung war äußerst einfach, aber ebenso reinlich. Sie war von mittlerer Größe, hatte nichts Auffallendes im Gesicht beim bloßen Ansehen. Sie fiel mir bloß auf durch die Stetigkeit ihres Daseins, das mir gar nicht notwendig schien, denn sie hatte in der Regel nur ein ganz kleines Körbchen am Arme, kaufte wenig und zuweilen gar nichts. Hatte sie auch ihren Einkauf gemacht, ging sie nicht heim wie andere Frauen, sondern regelmäßig die ganze Stadt durch von oben bis unten und bei schönem Wetter und wenn der Markt so recht viel Neues brachte, hin und her. Unwillkürlich fing ich an, mich zu achten, was sie eigentlich da treibe und was sie kaufe. Im Handel war sie mir nie im Weg gekommen, hatte weder eine Taube noch ein Hähneli mir vorweg geschnappt. Sie kaufte nichts Meisterlosiges, überhaupt nichts aus dem Tierreich, sondern bloß aus dem Pflanzenreiche und hier auch zumeist das Allerwohlfeilste und was zum Kochen wenig Feuer brauchte. Immer nur für einen Kreuzer, jedoch fast immer etwas Obst. Hier und da märtete sie sich eine Blume ein, ein Röschen oder ein Stiefmütterchen und oft gaben die Weiber eins ungebeten, auch einige Salatblättchen, woraus sich schloss, dass sie ein Vögelchen haben müsse, sonst aber wahrscheinlich alleine Haushalte. Ihre Geschäfte wären also in einigen Minuten abgetan gewesen, wenn nicht etwas anderes sie gefesselt hätte. Und was das war, sah ich bald, als ich einmal aufmerksam auf sie war. Es war eine unendliche Freude an den Früchten und Pflanzen selbst, nicht um sie zu essen. Sie freute sich zum Beispiel recht herzlich über den ersten Blumenkohl, aber sie kaufte den ganzen Sommer keinen, wenn er missraten war und hoch im Preise blieb. Es waren ihr liebe Bekannte, Freunde, Kinder, die in fremden Landen gewesen, weit über mehr, die wieder herkamen und von ihr mit herzlicher Freude bewillkommt wurden. Natürlich war immer das erste Mal bei Wiedererscheinen in jedem Jahr die Freude am größten. Aber sie verging nicht, loderte bei jedem schönen Stück neu auf und wenn die Pflanze oder Frucht immer seltener erschien, so ward ihre Freude an ihr umso inniger. Fast wie an einem Menschen man sie hat, dem man zuruft, ach, lebst auch noch, den man verloren gegeben und doch noch wieder sieht. So wimmelte der ganze Markt von oben an bis unten aus von lieben Bekannten, die sie ja alle grüßen musste und wäre es nur mit einem Blick. Vor allem war es das Obst, welches von den Bäumen kam, welches ihr Augen und Herz gefangen hielt. Den Beeren von den Sträuchern schien sie nicht viel nachzufragen, sie beachtete sie kaum. Auch auf den Baselkirschen hielt sie nicht viel, sie seien so wässerig und hätten keinen ordentlichen Geschmack, sagte sie. Nur was auf unseren Bäumen wuchs, fand ordentlich Gnade vor ihren Augen. Über unsere Kirschen freute sie sich so sehr. Von ihr zuerst vernahm ich, dass auch die Kirschen verschiedene Namen hatten. Ich meinte bis dahin, es gäbe rote und schwarze und nebenbei noch Weichsel- oder Zahnkirschen. Doch erst bei den Äpfeln und auch Bieren ging ja das rechte Leben auf. Mit einem freudigen Ausruf ward jede neue Sorte, welche auf dem Markt erschienen, begrüßt. Wenn die Neuen erschienen und Alte und Neue in den Körben lagen, dann war ihr ein Jahr umgegangen. Das Alt schloss sich, ein Neues hatte begonnen und in neuer Reihe marschierten die alten Sorten auf, eine nach der anderen. Und jede wurde von der Frau mit Namen begrüßt, denn sie kannte alle, wie ein Feldmarschall, seine Regimenter. Da sah ich auch, wie die Marktweiber die Frau kannten, ihr herbeiriefen, neue Sorten zu zeigen, nach ihrem Namen zu fragen, wie sie ihr von weitem Äpfel in die Höhe hoben, wenn sie wussten, dass sie diese besonders liebte und sie vielleicht im vergangenen Jahr gefehlt hatten oder ihr ein halbes Dutzend, welche abgesondert im Korbe lagen, aufdrangen, sagend, nehmt sie nur, nehmt sie, das werden die einzigen dieser Art sein, welche ihr dieses Jahr seht. Sie gerieten nirgends. Unter die anderen zu mischen, wäre schade und apart sie zu verkaufen, lohnt nicht der Mühe. Da dachte ich, ich wollte sie's ehemziehen und euch sie bringen, ihr wüsstet sie am besten zu schätzen und ich hätte selbst Freude, wenn sie euch recht gut dünken. Sichtlich mit Freuden, aber erst nach langem Weigern nahm sie die Frau geschenkt. Denn wie sie auch die Kreuzer abmödelte, hier konnte sie nach ihrer Weise verschwenden, schienen die Kreuzer sie nicht zu reuen. Hier kaufte sie nicht immer vom Wohlfeilsten, hier konnte sie wählig sein, kaufte aber oft auch recht Unscheinbares, anfänglich zu meiner Verwunderung, bis ich merkte, dass es besser war als schön. Es war ein eigener Verband zwischen der Frau und den Weibern, und zwar ein recht freundlicher. Durch das Interesse, welches die Frau am Inhalt ihrer Körbe nahm, die Freude, welche sie hatte, wenn sie schöne Produkte sah, ihr sachkundiges Urteil, nützliche Winke aller Art, war sie den Weibern wert geworden. Ihr Erscheinen tat ihnen wohl, sie freuten sich sicherlich schon daheim darauf, wenn sie etwas Schönes bringen konnten. Sie wechselten gerne einige freundliche Worte mit ihr, das eintönige Markten unterbrechend. Nicht selten geschah es, dass sie zur Schiedsrichterin oder Ratgeberin aufgerufen wurde. Gar manches Dämchen kennt nichts von dem, was es kaufen will, und steht vor den Körben, als wären es lauter Tänztore. Steht kummervoll von einem Bein aufs andere, es möchte Äpfel, und ist in Seelen Angst, man möchte ihr Zwiebeln für Äpfel anhängen. Von wegen sie hatte gelesen, das sei einmal irgendwo einer Dame passiert. Und wenn auch die meisten zwischen Zwiebeln und Äpfeln zu unterscheiden wussten, wie manchem Dämchen ist bekannt, welche Äpfel am besten für Kuchen sind, welche am besten für Brei oder Kompott etc. Nun, da ward meine Frau gar oft von irgendeinem Weibe als Autorität angerufen. Die kann am besten sagen, lüge ich oder lüge ich nicht. Die weiß einen Renetten von einem Holzöpfel zu unterscheiden, hieß es. In einem ähnlichen Fall kam ich mit ihr ins Gespräch. Ich wollte ein Quantum zum Einkellern für den Frühling kaufen, und wer weisete zwischen zwei Wagen. Auf beiden Priesen zwei Weiber hier waren an, als hätte jedes die allerbesten Äpfel, fast mit menschlichen Tugenden. Da deutete das eine der Weiber auf die eben vorübergehende Frau und sagte, die kann sagen, was ich für Äpfel habe, die kennt sie. Sie gab ganz gefällig Bescheid, dass die Äpfel der anderen Frau für jetzt zu brauchen, passender und besser seien, aber für später wären ihr die Äpfel der Frau, welche sie angerufen, viel lieber. Von da an wechselten wir öfter einige Worte, aber zu einer eigentlichen Bekanntschaft kam es nicht. Wir suchten beide nicht, fragten nicht einmal nach unseren Namen, wenigstens ich nicht. Da geschah es einmal im Winter, als es recht kalt und glatt, dass sie umfiel auf dem Markte und an Bein und Arm sich übel wirsete. Ob sie bloß ausglitt oder umgerannt wurde, wusste sie später selbst nicht, wahrscheinlich das Letztere. Wahrscheinlich war die Menge durch einen der schrecklichen eidgenössischen Postwagen, vor denen weder Mann noch Maus sicher ist, auseinandergesprengt, und einer, der in Todesangst sein Leben retten wollte, hatte die alte, schwache Frau umgerannt. Doch glücklicherweise nicht gegen den dahindonnerten Wagen zu. Eidgenössisch überfahren wurde sie nicht. Man lief ihr zu, stellte sie auf die Füße. Sie hatte nichts gebrochen. Unter großen Schmerzen konnte sie gehen, doch nicht alleine. Zufällig war ich der einzige Mensch in der Nähe, der eine Bekanntschaft mit ihr hatte. Ich konnte nicht anders, ich bot ihr meine Begleitung an. Sie nahm sie dankbar, doch unter tausend Entschuldigungen an, wie sie zu meiner Zeit noch üblich waren, wo nicht jeder Schlingel meinte, unser Herrgott habe die Welt um seinetwillen erschaffen und ebenfalls das übrige Gesindel, um ihm die Hände unter die Füße zu legen. Dem sagt man jetzt altväterisch, wenn ein Mensch von Herzen für eine Wohltat danket, man sollte sich schämen. Aber was will man, wenn man dem lieben Gott nicht mehr danken will, weil es nichts abtrage? Warum soll man Menschen danken? Es war wirklich aber auch eine große Mühe, die arme Frau, welche unsäglich litt und alle Augenblicke stille stehen musste, in ihr Quartier zu bringen. Billigermaßen sollte jede eidgenössische Postkutsche verpflichtet sein, hinten aufgeschraubt ein Transportmittel, Sänfte oder Karren mit sich zu führen, um die hinter ihr liegen bleibenden Toten oder Schwerverwundeten aufzuraffen und in ihre Quartiere zu bringen. Glücklicherweise wohnte die Frau nicht drei Treppen hoch, sondern nur zwei, hinten aus in einem Stübchen gegen ein Höflein, aber von der Sonne beschienen. Im Stübchen war es unbeschreiblich reinlich und heimelig und, wie ich richtig vermutet, ein Vogel empfing uns mit freundlichem Gezwitscher. Du Arms, sagte sie, meinst, du bekommst deinen Salat und habe ich dir keinen. Leidend sank sie auf einen Sessel. Du mein Gott! Und jetzt? Was fange ich an? Sie war, so gleichsam zu sagen, alleine auf der Welt, hatte niemand als eine Wochenmarkt, die einmal des Tages kam, abends um sechs Uhr, um ihr Holz und Wasser zu tragen. Alles Übrige besorgte sie selbst. Im Hause hatte sie das Stübchen gemietet, mit den übrigen Hausbewohnern hatte sie keine andere Gemeinschaft, als dass man sich grüßt, wenn man einander auf den Treppen begegnete. Das will zwar schon was sagen. Ein solches vereinzelt sein mag zuweilen gehen, aber früher oder später kommt dann doch die Frage, Und jetzt? Was? Kommt oft so plötzlich, dass sie einem den Schweiß austreibt. Damals kam er auch mir und nicht bloß der halb ohnmächtigen Frau. Und jetzt? Was? Ich war allein da. Die Wochenmarkt kam um sechs Uhr. Es war zehn Uhr. Wäre ich nur zu Hause gewesen, da hätte ich schon jemanden senden können. Aber durfte ich sie alleine lassen? Und wen rufen im wildfremden Hause? Es war nicht einmal ein Glockenzug im Stübchen. Da klopfte es an die Türe. Ein lustig Kindergesicht guckte hinein und rief, Die Mama schickt mich und lässt fragen, ob sie der Frau Pfarrere mit etwas behülflich sein könne. Sie habe gehört, sie sei krank heimgekommen. Das war ein Engelein in der Not, das mit großem Mitleid die arme Frau streichelte, die vor Husten die Antwort nicht fand. Könnte die Mama selbst kommen? sagte ich, sah nicht das Kopfschütteln der Kranken und zur Türe hinaus war das Kind, ehe sie es zu einer Antwort brachte. Mein Gott, was denkt ihr? sagte sie endlich. Eine so vornehme Frau. Aber ehe sie vollenden konnte, trat diese schon ein. Allerdings eine vornehme, aber äußerst liebliche Erscheinung. Mitleidsvoll wandte sie sich zur Frau Pfarrerin. Mich grüßte sie kaum, steif von der Seite. Ich nahm's für Hochmut, dachte bei mir, sie sind doch alle gleich. Später kam ich drüber, dass sie schüchtern war. Weit über dreißig und vornehm, ich wollte es lange nicht glauben, aber es war doch so. Sie war schüchtern, wurde leicht verlegen und sogar rot aus einfacher Verlegenheit. Und jetzt was machen? Vor allem aus müsse sie ins Bett, wurden wir rätig. Dann wolle ich nach meinem Arzte aus. Sie wollte nach dem Ihren senden, sagte sie, aber der sei etwas bequem. Und wenn er sich einmal eine Tagesordnung gemacht, so weiche er nicht mehr davon ab. Und wenn man ihm nachliefe mit der Nachricht, seine Frau wolle sterben, würde er antworten, sie solle warten, er habe noch vier Visiten zu machen. Sobald die abgetan, werde er alsbald kommen. Die Dame schickte nicht nach dem Kammermaidli, wie ich erwartet hatte, sondern legte selbst Hand an zur unaussprechlichen Verlegenheit der guten Frau Pfarrerin. Aber nein, Frau Landvögtin, aber mein Gott, Frau Oberstin, ich bitte, ich muss mich ja schämen. Und als sie zum linken Strumpf gekommen war, kostete ihr der fast das Leben. Als die Dame nach dem Fuß sie griff, um ihn vom Strumpfe zu befreien, rief die Frau Pfarrerin, »Nein, es hat doch gewüst kein Gattig!« pückte sich, wollte selbst ziehen, verlor den Halt und wäre beinahe mit dem Gesichte voran und das Bett gefahren. Nun, ich griff noch zur rechten Zeit zu und verhütete den Sturz. Aber es geschah so unsanft, dass die gute Frau laut aufschrie und der Tränen sich nicht erwehren konnte. Mit großer Mühe brachten wir sie zu Bette, das so reinlich war, dass die Frau Pfarrerin uns gerne gebeten hätte, uns drei Schritte weit davon entfernt zu halten, wenn die Höflichkeit es ihr erlaubt hätte. Endlich war sie unter vielen Schmerzen im Bette und hätte nun wenigstens ruhig sein können, wenn die Höflichkeit nicht gewesen wäre. Aber mein Gott, was die Frauen Mühe mit mir gehabt und wie das mich plagt, dass die Frauen da um mich herumstehen, ich ihnen nicht einmal Sessel geben kann, um wenigstens doch zu sitzen. Übrigens, glaube sie, brauche sie uns nicht lästig zu fallen. Sie könne wohl alleine sein, bis der Arzt komme. Es sei ihr so unendlich leid, dass wir ihretwegen so Mühe hätten. Ich glaube nicht, dass es so böse ist, sagte ich. Geschunden und gequetscht indessen seid ihr brav und das ist manchmal schon genug. Jetzt will ich um den Arzt aus. Danach komme ich bald wieder. Die Frau LandföGtin übernahm die Wache und tat noch mehr. Sobald ich fort war, rief sie Lisette, ihr Kammermädchen, und machte mit ihr kalte Aufschläge, gab der guten Frau, die zu fiebern begann, zu trinken. Ich fand den Arzt rasch und alsbald ließ er sich von mir dirigieren. Er fand die Verletzung an sich unbedeutend, dagegen die Erschütterung und der Schreck in solchem Alter bedenklich, daher er nichts sagen könne. Man müsse zuwarten, es werde sich jedenfalls bald zeigen. Die Hauptsache sei Ruhe und gute Abwart. Oh, Ruhe hätte sie, sagte die Frau, und wenn sie wisse, was machen und es ihr nicht böse, so könne sie schon machen, was sie nötig habe. Da erklärte die Frau Landvögtin dem Arzt, sie meine, sie könne es mit der Wochenmarkt machen, die im Tage nur einmal komme. Das werdet ihr bald merken, dass es nicht geht. Nein, dafür muss anders gesorgt werden. Nun machte er ihr den Vorschlag, sie in den Spital transportieren zu lassen, wo alle Bürger unentgeltlich aufgenommen und verpflegt wurden, sobald sie krank wurden. Er sei Arzt dort, sagte er, und besser als dort sei sie nirgends aufgehoben. Das verspreche er ihr. Das könne sie nicht, sagte die Frau zu der anderen große Verwunderung, in ein so großes Haus, ein so großes Wesen hinein dürfe sie nicht. In einem großen Saale könnte sie nicht krank sein, da hätte man ja Tag und Nacht weder Ruhe noch Schlaf. Krank sein könne man nur in einem kleinen Stübchen. Man redete ihr warm zu, dieses Vorurteil fahren zu lassen. In einem Tag sei sie an den Saal gewöhnt und was sie wünsche, habe sie alsbald. Sogar Lisette mischte sich ein und feine Ohren hätten bemerkt, dass ihre Stimme am schärfsten tönte. Wahrscheinlich fürchtete sie, bei der Güte ihrer Herren mit der Frau vielfach belästigt zu werden. Die gute Frau Pfarrerin fühlte gar wohl, dass dieses Weigern als eine kindische Meisterlosigkeit vorkommen musste. Sie kam in sichtbare Angst. Da sagte die Frau Landvögtin, Nein, meine liebe Pfarrerin, seid nur ruhig. Es ist dann nicht, dass dieses absolut sein muss. Ich begreife gar wohl, dass man lieber alleine krank ist, als unter einem Dutzend, wo, wenn einer schlafen möchte, ein anderer hustet. Ich hätte es ganz auch so. Eine gute Abwart wird sich wohl finden. Oh ja, sagte Lisette, fürs Geld sind immer Leute zu haben, die gerne etwas verdienen möchten. Lisette, sagte die Frau Landvögtin, geht doch hinauf und seht, ob die Köchin vom Markt zurück ist. Und ist sie noch nicht heim, so beschließt das Vestibül. Der Herr ist auch ausgegangen. Es ist ein streulichen Volk in der Stadt, man ist nirgends mehr sicher. Ihr werdet doch denken, sagte die Frau Pfarrere, für eine arme alte Frau tue ich dumm. Es ist so, ich will gerne meine Schwachheit bekennen. Auf dem Erdboden habe ich nichts Lebendiges mehr, das mich liebt, als mein Vöglein, und ich möchte fast auch sagen, meine Blumenstöckli. Was sollte aus dem armen Vögli werden, wenn ich ins Spital müsste? Es würde wohl jemand ihm zu fressen geben, aber lieb hätte es niemand, und niemandem könnte es seine Liebe erzeigen. Es würde Frau Lengizütti nicht fressen, und ich könnte nicht schlafen. Herr Doktor, wenn es z'Mache ist, ich halte an, was anzuhalten ist, so lasst mich hier. Ganz ohne Geld bin ich nicht. Ich habe auch ein Sparhäfeli, nicht ein großes, aber doch dachte ich auch an die bösen Tage. Der Arzt war nicht einer von denen, die nicht eintreten können, nicht fühlen, was andere fühlen, böse werden, wenn man sich ihnen nicht ohne Widerrede unterwirft. Aber spottend tat er gerne, und sehr oft, um seine Weichheit dahinter zu verbergen. Ja, wenn es so ist, Frau Pfarrerin, so sage ich kein Wort mehr. Ein solcher Grüsel bin ich denn doch nicht, dass ich eine solche Liebe stören möchte. Wenn nur Frau X da wäre, er meinte mich, die hat ihre Nase an allen Orten und kennt alle Leute, die wüsste uns sicher eine Abwarte, die passte. Danke für das Zutrauen, Herr Doktor, sagte ich, da ich längst eingetreten war, aber eben nicht nötig fand, mich kundzugeben. Aber ihr habt recht, ich weiß zwei für eine, es fragt sich nur, welche eben zu haben ist. Die Frau LandföG den Wart verlegen, aber der Doktor nicht. Da weiß ich jetzt, mühseel nicht, welches Sprüchwort ich anwenden soll, ob das vom Horcher oder das vom Wolf. Aber sei es das eine oder das andere, so ist's gut, dass ihr Rat wisst. Es sei ihr so leid, dass sie uns so Mühe mache, sagte die Frau Pfarrerin. Wir seien viel zu gut, aber wenn der Herr Doktor meine, sie müsse im Bett bleiben, so sei sie dankbar, wenn man für eine sorgen wolle. Ihr Ruhebett sei ein Kastenruhbett, sodass sie kommen könne, wann sie könne. Gschär gebe es nicht. So war die Sache abgeredet. Ich machte mich nach der Abweiterin auf, welche beim Arzt die näheren Instruktionen zu holen hatte. Die Frau LandföG übernahm die einstweilige Überwachung. So hatte ein sogenannter Zufall Personen zusammengewürfelt und in Verbindung gebracht, die sonst nie in Berührung gekommen wären. Um freundliche Erinnerungen wäre mein Leben ärmer geblieben, um Vorurteile reicher. Wie vieles in der Nähe ganz anders sich macht als in der Ferne, man glaubt es gar nicht. Es gibt Verhältnisse, Lebenslagen, die schimmern weithin. Dort wohne, sollte man glauben, das leibhaftige Glück, nach dem Mitgenusse seufzen lusterne Seelen. Und wären sie dort, säßen sie mittendrin, sie würden erschreckt die Augen aufreißen, würden meinen, sie seien verirrt, ans unrechte Ort geraten, würden nicht rasten, nicht ruhen, bis sie wieder heraus wären aus der Pein, die ihnen von Ferne wie ein Vorhof der Seligkeit vorgekommen. Und wie es mit den Verhältnissen so oft der Fall ist, geht es auch mit Menschen. Menschen, von Ferne die liebenswürdigsten, werden nicht selten in der Nähe die widerwärtigsten. Als wir noch nicht verheiratet waren, dünkte mich immer, ich müsse meine Braut fressen. Und jetzt bin ich so reuch, tat ich es damals nicht, seufzte ein beschwerter Ehemann. Umgekehrt geht es aber ebenso oft. Lagen, von denen man sich versicherte, man möchte nicht gemalt darin sein, können sehr angenehm und heimelig werden. Menschen, von denen man sagte, sie hätten rechte Lengizütik-Sichter, bei denen hielte man es nicht aus. Gut lüht, gut lüht, wie Gotts Name, aber langweilig vom Tüfel. Und gerade diese Leute können uns recht lieb werden, ja, sich eigentlich einnisten in unser Leben. Dass, wenn sie uns genommen werden, eine rechte Lücke entsteht in unserem Dasein, die sich lange nicht füllen will. Sie haben halt das meiste und beste nicht auf dem Gesicht, sondern tiefer innen. Eine ähnliche Erfahrung sollte ich jetzt machen. Wer mir gesagt hätte, es würde mir zwischen einer alten Pfarrfrau und einer eleganten und vornehmen Frau Landfögtin recht wohl und heimelig, ja, absonderlich wohl und heimelig werden, den hätte ich sehr ausgelacht. Und doch ging es mir jetzt so. Freilich wäre es nicht allen so gegangen, ja, vielen nicht und gerade den Tonangebern ausschließlichen der Creme der Gesellschaft nicht. Es gibt Leute, welche über alles, was nicht nach ihrem Salon oder ihrem Kaffeehaus riecht, die Nase rümpfen, für nichts Interesse haben und unendlich langweilig finden, was nicht in diesen Kreisen besprochen wird. Diese Leute halten sich für sehr fein gebildet und sind es eben nicht, sondern äußerst porniert, grusam beschränkt, denn nur in einem ganz kleinen Gebiete des Menschenlebens sind sie einigermaßen bekannt. Und so einer kann unter sinnigem Kränen und schrecklichem Aufblick in den Himmel sagen, die dummen Leute, die könne er nicht leiden. Wen heißt er dumm? Und können nicht mit dem gleichen Rechte andere ihn den Allerdümmsten beizählen? Das Dumm ist ein gar seltsam Wort. Es gleicht gar oft dem Stein, der den Schleuderer selbst ins Gesicht schlägt. Die Folgen des Unfalls waren ganz andere als die gute Frau, sie sich anfangs gedacht. Es ist mit dem menschlichen Körper fast wie mit Wein, den man in Flaschen gezogen jahrelang unberührt liegen gelassen, sodass er sich auf das Feinste abgeklärt, goldgelb herrlich leuchtet. Werft die Flasche unbedacht hin und her, so mischt sich die Unreinigkeit, die sich abgesondert hat, mit dem Reinen wieder und trübt es der Gestalt, dass man den Wein lange nicht wieder hell kriegt. Dass es fast ein anderer Wein geworden zu sein scheint. Ähnlich ist es mit dem menschlichen Körper. Lasst einen ältlichen Menschen, der jahrelang ein einförmig stilles Leben geführt, von einem Unfall betroffen werden, durch einen Beinbruch zum Beispiel oder ja auch durch einen, wenn auch indirekten Mupf von einem eidgenössischen Postwagen, so dass der Körper erschüttert wird, die Lebensweise geändert werden muss, so trittet so gerne eine Hinfälligkeit hervor, die man gar nicht geahndet. Der Schaden wird zur Nebensach, die Kränklichkeit nimmt eine ganz andere Gestalt an, geht nicht selten endlich in Tod über. Die gute Frau Pfarrerin hatte gehofft, wenn nicht noch in selber Woche, so doch in der nächsten Woche aufstehen, Steg und Weg wieder brauchen zu können. Aber sie täuschte sich schwer. Täuschte sich von Woche zu Woche und wenn auch mit Seufzen, nahm sie doch die Täuschungen ergeben hin. Die Schäden wollten nicht recht heilen, die verstrauchten Glieder sich nicht kräftigen und allmählich schlich eine allgemeine Schwäche sich ein. Der Arzt tat sein Möglichstes, nahm aber nach und nach ein fatales Kopfschütteln an. Die Abwart war gut, ich hatte es glücklich getroffen. Sie erfüllte nicht bloß ihre Pflichten treu, sondern sie liebte die Kranke, die so geduldig litt, nie befahl, sondern freundlich um das nötige Bad und wenn möglich jedes Schläfchen schonte. Indessen konnte die Abwart nicht die ganze Zeit der Frau Pfarrerin widmen. Sie hatte noch andere Verbindlichkeiten, welche sie nicht lösen durfte. Sie musste Sorge tragen zu ihren Leuten trotz allem Kredit, in welchem sie jetzt stund. Von wegen, man kann nie wissen, was es geben kann. Das ist eine Vorsicht, gut für alle und manchem käme es wohl, er hätte sie beobachtet. Und zwar manchem nicht nur in den obersten, sondern auch in den untersten Ständen. Ja, Ratsherren per Exempel brauchen noch oft Vorsicht, aber so manches Stüdi, dass einmal zu einem Platz gekommen, wo man zweimal in der Woche frisch kocht und nun meint, von da aus liefen die Wege zu allen Herrlichkeiten der Welt unfehlbar und unbekümmert um Gott und Menschen könne es schüsseln und kacheln Himmel donnern an den Wänden herum, das mache alles nichts. Ihm fehlten die besten Plätze nicht, wenn es einmal einen Mocken abdämpfen und saure Leber anbrühen könne. Lässt sich nicht träumen, dass es im nächsten Jahr sechs Monate ohne Sohlen an den Schuhen werde Meister suchen müssen, keinen Tag wissend, wo es am Abend sein Haupt zur Ruhe werde legen können. Eine Wochenmarkt oder auch Abwart hat gar ein zufälliges Einkommen, weil keine bleibende Anstellung. Empfehlungen machen da die Hauptsache und um die kommt man so leicht. Man braucht nur an einem Orte uneben zu trappen, so ist die Gnade verwirkt. Das ist eh Madame, heißt es. Wohl, da lässt sich lurke, dass man die Majestät nicht verletzt. Die möchte ich um keinen Preis mehr und rekommandieren keinem Menschen. Unsere Abwart hatte sich also einige Zeit vorbehalten, musste zudem auch für die Frau Pfarrerin Verrichtungen machen, sodass sie alleine war in diesen Zwischenräumen. Wir ordneten die Zeiten so, dass diese Zwischenräume des Alleinseins ganz klein wurden oder ganz verschwanden. Ich muss sagen, die Frau Landvögtin tat da das Beste und nicht bloß durch Lisette oder eine andere Stellvertreterin, sondern wenn möglich in eigener Person. Ja, wenn sie auch wusste, ich war da, so kam sie doch noch zuweilen mit der Arbeit und half die Zeit vertreiben. Und wenn jemand sagte, die Frau Landvögtin ist aber fleißig, man sollte meinen, wie nötig sie es hätte, man muss sich schämen, antwortete sie, bin es gewohnt von Jugend auf, meiner Mutter hätte jemand müßig sein sollen. Die sagte, jede anständige Berner Frau arbeite, nume Güschigut und junge Gäcksnäsinitäten nichts. Was uns am meisten auffiel, war eine Verlassenheit oder Vereinzelung, wie sie wohl selten vorkommen wird. Sie fragte, schickte nach niemandem, niemand fragte nach ihr. Nur ihr Vöglein zwitscherte, bis es zu ihr konnte und nur die Blättchen schienen ihm recht zu schmecken, die es von ihr bekam oder die sie zwischen die Stäbchen steckte. Auch des Marktes muss ich gedenken, wo ihr Ausbleibend natürlich den Marktweibern auffiel. Großes Bedauern erweckten die Folgen des Unfalls. Hier eine Frau, dort eine ließ sie grüßen. Ihr sagen, sie solle doch ja machen, dass sie bald wiederkomme. Man habe recht Langeweile nach ihr. Hier eine, dort eine, gab mir eine Blume, einen Apfel für sie mit dem Bedeuten, man habe den Express für sie mitgebracht, weil man sich erinnere von früher her, wie sie wohlgefallen daran gehabt. Ein Weib gab dem anderen das Beispiel, dass, wenn ich alles hätte annehmen wollen, ich eine eigene Markt hätte mitnehmen müssen. Freilich kaum für lange, sowas ist selten anhalten bei den Weibern, aber ich bat, es nicht so gut zu machen auf einmal. Wie wollte sie das alles brauchen, da sie alleine sei? Aber jeweilend ein Zeichen werde sie sehr freuen, die arme Frau, welche es kaum lange mehr machen werde. Nun trug ich denn alle mal etwas heim und ward es mir zu viel, so schob ich es zurück aufs nächste Mal. Mein Trägerlohn aber war ein reicher. Ach, was die gute Frau Pfarrerin sich freute über die Gaben und über die Weiber, dass sie ihre Gedächten und dass die Äpfel so schön geraten, sie ward jedes Mal glücklich bis zu Tränen. Solch ein kindlich Gemüt kam mir in meinem Leben nie vor. Aber was solch ein Gemüt für ein Schatz ist, begreift die Welt nicht. Es ist auch ein Gut, das über allen Verstand geht, so gut als der Friede Gottes. Das sogenannte Glück, nach dem alle jagen, ist außerhalb den Grenzen der beiden nicht möglich, ist nichts als ein trügerisches Wesen oder ein garstig Gespenst. Dass wir nach Verwandten, Bekannten fragten, denen man vielleicht etwas wissen lassen könnte, wird jedermann begreiflich finden. Doch durften wir es nur leise, unbemerkt tun, sie hätte sonst geglaubt, es sei nur, um ihnen unsere Last zuzuschieben. Aber sie antwortete immer, sie hätte niemand als den weisen Vogt ihrer Zunft, den sie kenne und den sie einstweilen ruhig lassen wolle, solange es möglich sei. Er meine es nicht böse, aber er sei ein grober Polterie, trete in nichts ein und wenn man nicht alles mache, exakt wie er befehle, so behandle er einen Ärger als eine Magd oder gar als ob eigentlich Leben und Sterben nur von seiner Gnade abhingen. Sie schlotterte ordentlich die gute Frau, wenn sie von ihm sprach. Wie schlotterte sie aber erst, als sie vernahm, dass derselbe mein Vetter sei. Ich hatte die größte Mühe, sie zu beruhigen und ihr begreiflich zu machen, dass ich durchaus nicht beleidigt sei. Der Vetter sei mir zwar lieb, aber ich kenne ihn zu gut, um es übel nehmen zu können, wenn jemand über seine Schwächen lache oder sich beschwere. Es war ein Mann, wie man zu sagen pflegt, von altem Schrot und Korn, ehrlich und tüchtig bis ins innerste Markt hinein und dazu in Privatgeschäften mild und angenehm. Doch ganz anders, sobald er auf den amtlichen Boden kam, da kam er wie auf den Wolken der Majestät. Majestätsverbrechen waren ihm Widerspruch und Einrede, da war er rücksichtslos und streng, schien hart und hochmütig. So musste ihn die arme Frau erfahren haben. Es nahm mich Wunder wie. Überhaupt drängte es mich, den Umgang vor ihrer Vergangenheit aufzuheben, um zu erfahren, wie es gekommen, dass sie so eigentümlich geblieben oder geworden. Aber nicht bloß ich wagwundrig, der Frau Landvögtin ging es akkurat gleich wie mir. Als ich einmal des Nachmittags zu ihr wollte, traf ich auf der Treppe die Frau Landvögtin an. Sagt mir doch, redete sie mich an, wisst ihr nichts vom Leben unserer Frau Pfarrerin? Es nimmt mich zu Tod Wunder. Sie sitzt sorgfältiger darauf als eine Gluckere auf ihren Eiern und möchte nicht das Geringste merken lassen. Und gerade deswegen nimmt es mich so Wunder. Gerade gleich geht es mir, sagte ich. Nun, wisst was, ihr seid eine so resolute Frau, so stecht sie diesen Nachmittag geradezu an. Es ist absurd Wetter, so gerade recht, dass man nicht gestört wird und besonders geneigt ist, etwas zu hören. Sie ist so eine Gute, dass sie es nicht abschlagen darf. Und was wir zu hören bekommen, bringen wir ihr nicht aus. Wir dürfen es also wohl wagen. So war es mir gerade auch. Und sobald die Frau Landvögtin, die noch einen kleinen Ausgang gemacht, sich gesädelt hatte und die Liesmädte im Gang waren, fragte ich. Was hättet ihr gesagt, Frau Pfarrere, wenn ich meinen Vetter heraufgebracht hätte? Ich traf ihn fast vor der Haustüre an und hatte gute Lust, ihm zu sagen, er sei ein sauberer Vogt und kümmere sich schlecht genug um seine Anvertrauten. Was der wohl für ein Gesicht gemacht hätte? Meine kleine Bosheit hätte ich bald bereut, der Angst wegen, in welche die arme Frau geriet. Mein Gott, nur das nicht, rief sie. Ich glaube, der Schlag rührte mich. Gott behüte mich davor, rief sie, wenn ich ihn plötzlich unter der Türe sehen würde. Wohl, der würde mir schöne Sachen sagen, dass ich mich nicht habe krank melden lassen bei ihm und nicht in den Spital gegangen. Er ließe mich noch jetzt auf der Stelle transportieren. Nachdem wir sie bestens beruhigt, fuhr ich fort und bat sie, uns zu erzählen, warum sie den guten Waisenvog so fürchte, uns überhaupt unser Gewunder zu stillen und uns von ihrem vergangenen Leben zu erzählen. Wir wüssten ja gar nichts von ihr als den Namen und in Bern sah es bräuchlich, dass man nicht bloß diesen, sondern auch die Herkunft eines Menschen wenigstens bis zu Großvater und Großmutter hinauf genau wisse, sonst bleibe ein Mensch immer verdächtig. Sie entschuldigte sich anfänglich mit dem Nichts ihrer Geschichte. Mein Gott, was wollte ich erzählen, sagte sie. Was wollte einem so unbedeutenden Menschen, Kinder wie ich bin, merkwürdiges begegnet sein? Ihr würdet einschlafen darauf. Als wir ihr sagten, schon das sei merkwürdig, dass sie hier niemand kenne und dahergekommen, scheine fast als wie vom Himmel herab, sagte sie, das ist ganz natürlich, ich bin darum nicht von hier, sondern und somit kam sie in ihre Geschichte hinein und als sie einmal im Zug war, vergaß sie die Bedenken. Als ich jung war, dachte ich nicht daran, dass ich je Burgerin von Bern werden würde, doch, um Vergebung, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich bin aus einem der kleinen Städtchen, wo, wie der Sprichwort sagt, man am oberen Tore einen Schoppen Niedle ausleeren und am unteren Tore wieder auffangen kann, ohne einen Tropfen zu verlieren. Dort war mein Vater Torwärter und hatte zugleich die Stadtuhr zu überwachen und zu sorgen, dass immer da zur rechten Zeit Mittag sei. Es war ein wichtiger Posten, aber auch ein beschwerlicher. Die Uhr war alt, stund daher gerne still und merkte das mein Vater nicht alsbald, so kam die Frau Burgemeisterin oder Frau Burgerschreiberin oder eine andere Frau vom Hohen Adel des Städtchens dahergelaufen und machten meinen Vater und später mir den Marsch und drohten, wenn man's Zeit nicht besser besorge, gebe es ander Wetter. Unter dem Tore hatte mein Vater ein Lädeli angebracht, zum Verdienst und Zeitvertreib, wo man das beste Schwefelholz fand, denn mein Vater machte es selbst, doch hielt er es so viel möglich geheim. Nebenbei waren noch andere wichtige Sachen zu haben, Tabak zum Beispiel und oft auch Kaffee, im Winter Nüsse und Kastanien. Mein Vater war Witwer, er hatte keine Kinder als mich und eine Magd vermochte er nicht und dachte nicht daran. Als Bürger hatten wir Land zum Pflanzen einige Fruchtbäume. Vater und ich besorgten das gemeinsam Licht, so gut es gehen wollte. Ach, mein Vater selig war ein guter Mann, er meinte nie, dass ein Mensch an zwei oder drei Orten zugleich sein könne. Wenn ob dem Lädeli eine Pflanzung oder ob dem Garten das Lädeli versäumt wurde, er schmälte mich nie und mit der Zeit nahm er es am geduldigsten. Er aß, wenn gekocht war und meinte nicht, dass es immer nur nach zwölf zu gleicher Zeit geschehen müsse, wie zum Beispiel die Frau Stadtschreiberin mit ihrer spitzigen Nase. Ich wusste oft nicht, wo wären, das Nötigste abzutun. Aber ich war zufrieden. Es kam mir nicht in den Sinn, dass ich's bös hätte und am Sonntag hatte ich recht schöne Tage. Da konnte ich im Lädeli sitzen und alles sehen, was aus und einging, löste manchen schönen Kreuzer, erhielt manches gute Wort und Abend wurde es, ich wusste nicht wie. Dann träumte ich noch die schönsten Sachen und war der Montag da, so freute ich mich wieder auf den Sonntag. So lebte ich fast in lauterem Glücke, wenn auch in stillem. Ich war sehr wenig unter Gespielen, meist daheim, wo ich mehr als genug zu tun hatte, aber der Vater hatte mich lieb und was wollte ich mehr. Hier und da weinte ich wohl auch, wenn mir ein Blumenstöcklein draufging, das ich lieb hatte oder der Vater mir einen kleinen Verwies gab, da, doch das darf ich gewiss nicht, Zäger, das muss ich überspringen, sagte die alte Frau, noch jetzt rot werdend. Aber wir anderen merkten wohl, was jetzt kommen müsse, das Kurzweiligste von allem, wie sie Bürgerin von Bern geworden und ließen daher nicht nach mit Bitten und Schmeicheln, bis sie wieder anfing, da, da, aber stotternd fast nicht mehr in Zug kam. Da steht eines Tages, an einem Montag gegen Abend war es, plötzlich ein kleiner Herr vor meinem Lädeli und frägt nach Schwamm, er müsse seinen verloren haben und möchte doch rauchen auf dem Heimweg. Ich bediente ihn wie andere Menschen so gut als möglich. Er wählte lange, ich riet ihm und endlich ging er, ohne dass ich was anders dachte, als das sei ein freundlicher Herr und habe eine gar liebliche Stimme. Der werde sicher schön singen können, den möchte ich einmal hören. Am nächsten Montag steht er plötzlich wieder vor dem Lädeli. Ich erschrak recht, denn ich hatte ihn ganz vergessen. Er rühmte den Schwamm sehr und frägt, ob wir auch Tabak hätten, er sei mit dem Seinen fast aus. Ich sagte, wir hätten wohl Tabak, aber so einem Herrn sei er wohl zu schlecht. Er meint, nein, seit er so guten Schwamm hier gefunden, habe er das Zutrauen, wir würden auch guten Tabak haben und ich muss ihm ein Päcklein von unserem geben. Ich tat's mit rechter Angst, er finde ihn nicht gut und meine dann, ich hätte ihn angeführt. Diesmal vergaß ich ihn die Woche durch nicht. Mit Bangen und Sorgen erwartete ich den Montag und mochte doch fast nicht warten, bis er da war, um zu vernehmen, wie dem Herrn der Tabak geschmeckt. Endlich kam der Montag und der Herr kam auch. Er hatte ihn recht gut geschmeckt, wie lange keinen. Er hätte es nicht erwartet, aber es seien nicht immer die großen Läden, wo man das Beste finde. Er wolle künftig mich allen bei uns nehmen. Ich wusste nicht, was ich darauf sagen, wenn er es nicht so freundlich gesagt, ich hätte geglaubt, er wollte mich zum Besten halten. Am Abend sagte ich dem Vater, es komme da ein Herr, ich wüsste nicht, wer er sei, aber er wolle den Tabak bei uns nehmen. Er solle ja machen, dass wir immer recht Guten hätten und ich nicht mit Schanden bestehen müsse. Wenn ich nur wüsste, wer er wäre, als ich dem Vater seine Fragen antwortete, er sei, seit ich ihn bemerkt, immer an einem Montag gekommen, sagte er, das werde sicher der Vicar im Blackenboden sein, der komme alle Montage ins Städtchen. Die Leute lachten sehr über ihn, er kaufe immer in der Apotheke einen Vierlicht-Häfeli und einen halben Schoppen Magenelexier und trinke beim Hirschen einen halben Schoppen Vierbatzigen und nie mehr. Das machte mich sehr böse, dass die Leute einen so freundlichen Herrn auslachen konnten und er erbarmte mich sehr. Ich war deswegen das nächste Mal desto freundlicher mit ihm, aus Erbarmen wegen den bösen Leuten. Er schwatzte auch länger als sonst. Es freute ihn, als ich ihm Herr Vicar sagte, dass ich wüsste, wer er war. Er erzählte, wie der Montagnachmittag die Zeit sei, wo er sich eine Freude gönne. Am Dienstag in der Früh müsse er dann schon wieder anfangen studieren für den nächsten Sonntag. Nun freute ich mich noch immer auf den Sonntag, aber hauptsächlich, weil nach ihm der Montag kam. Ach, wenn es doch nur Montag wäre, dachte ich die ganze Woche, litt aber immer an großer Angst, der Vater möchte mich verschicken auf unser Land am Montagnachmittag. Dann finde der Vicar vielleicht gar niemanden und nehme künftig seinen Tabak an einem anderen Ort. Wir meinten nicht, dass immer jemand im Lädeli sein müsse. War ich nicht daheim, so ging der Vater ganz ungeniert seine Wege. Ja, oft bei wichtigen Angelegenheiten, zum Beispiel dem Bohnen und Kabis setzen, gingen wir beide. Ich zog daher die ganze Woche alles zweg, von dem ich am nächsten Montag dem Vater sagen konnte, wenn ihn etwa das Gelüsten ankommen sollte, mich auszusenden, das müsse abgetan sein, es sei ja morgen auch ein Tag. Der Herr Vicar war sehr pünktlich, wenig Minuten werden gefehlt haben, dass er früher oder später vor dem Lädeli stand, aber nie mehr unerwartet oder unversehens. Wie klein er auch war, immer von weitem schon hatte ich ihn kommen sehen. Ehe er ins Städtchen ging, hielt er jedes Mal an, frug an, ob wir noch von dem Tabak hätten, wenn nicht, so müsse er sich im Städtchen versehen. Pötis Gott wohl, Herr Vicarri, antwortete ich, dann hielt er sich nicht länger auf. Ungefähr zwei Stunden nachher, welche Zeit aber allmählich sehr zusammenschrumpfte, erschien er wieder und machte seinen Einkauf. Und wir redeten zusammen ein wenig vom Wetter und von Feuersbrünsten und Mordtaten, wenn es irgendwo welche gegeben. Wenn er schon klein war, so schritt er doch recht stattlich einher, besonders von hinten zu sehen, dass man Respekt haben musste vor ihm. Daher sah ich ihm immer nach, soweit ich konnte. Für mein Leben gern hätte ich ihn predigen hören, aber das gab sich nicht. Ich durfte den Vater nicht darum fragen. Hingegen, wenn irgendjemand aus dem Blackenboden bei mir einsprach, so vergaß ich nie, zum Ruhm meiner Sachen zu sagen, ihr Herr Vicar nehme auch alles bei mir und sage, er finde es nirgend so gut. Nichts konnte mich böser machen, als wenn man mir antwortete, selb wolle nicht viel sagen. Von wegen, er sei gar er dumme und sei nicht schuld daran, dass die Pferde nicht Hörner hätten. Viel lieber hörte ich, wenn sie sagten, es sei ein guter Herr und hätte für so einen Kleinen ein b'sunderbar schönes Wort und ein eifriger sei er mit dem Studieren. Er wende an, er werde immer bachnass darauf. Sie trauten, es gehe ihm wohl schwer, aber mit der Zeit werde es ihm auch bessern, er sei noch gar er Junge. Einmal, als er eben seine Einkäufe in den Taschen untergebracht hatte, gab es einen plötzlichen Schneesturm. Es wurde ganz finster, ganze Haufen trieb es durch das Tor, dass ich nicht anders konnte, als ihm geschwind die Tür auftun und in unsere Stube führen, denn im Lädeli hatten wir kaum beide Platz gehabt. Er war schon über und über voll Schnee, als er hineinkam. Ich hätte ihn abklopfen sollen, aber ich durfte nicht vor Respekt. Der Vater schmählte nachher mit mir bedenklich. Aber ich hatte auch schnell einige Sachen zu verstoßen, die unnötig herumlagen und musste daher entschuldigen, dass es so wüst bei uns aussehe und hätte gerne gesagt, der Vater ziehe immer allerlei hervor und tue es nicht an seinen Ort, wenn er es nicht mehr brauche. Aber ich durfte er hatte doch nicht recht und zudem rief, sobald er wieder sah, der Vicari, Nein, aber was habt ihr doch für einen schönen Rosenstock? So einen sah ich mein Lebtag nicht. In der Tat hatte ich beim Fenster vorne einen Rosenstock voll prächtiger Rosen, wie ich sie auch noch nie gehabt. Er ward recht eifrig und erzählte, wie er ein großer Blumenliebhaber sei, besonders die Rosen gerne habe, aber es noch nie höher als bis auf drei Geschirre gebracht. Wie er sich so auf eine Pfarrei freue, wo er einen Garten habe, sonst noch Land und Blumen ziehen könne nach Lust und Liebe. Da wolle er erst recht leben und mit einem Garten voll Blumen sei er reich genug. Im Blackenboden habe er nicht einmal ein einzig Stöcklein, aber wenn ich ihm im Frühling ein Schoß geben wolle, so werde er mir sehr dankbar sein. Begreiflich sagte ich ja und wagte es endlich zu fragen, ob ich ihm nicht eine Rose mitgeben dürfe. Und als er sagte, pöt ist gar gern, brach ich einen Stängel ab, an welchem eine eben aufgegangen und ein Knopf zum Aufgehen war. Ach, wie er so freundlich danken konnte. Von da an ward unser Verkehr traulicher und er kam nicht bloß vor Sladeli, sondern auch zuweilen in die Stube, indem er nach den Blumen fragte und sie zu sehen begehrte. Mein Vater hatte viel auf dem Vicar, nicht bloß wegen der Ehre, dass er unser Kunde war, sogar bei uns einsprach, sondern, dass er ihm geduldig zuhörte, wenn er eine seiner Geschichten zum Besten gab und sogar darüber lachte, was dem Vater selten mehr begegnete, da er selten auf jemanden stieß, dem er sie noch nicht erzählt hatte. Er sagte oft, solche seien rar im Lande, wenn viele derer wären, ginge es auch besser im Lande. Der Rosenstock machte unseren Verkehr lebhafter. Der Herr Vikari fragte immer nach demselben und fragte auch wohl, ob er nicht etwa ein Röschen davon haben könnte. Er täte gerne etwas einstellen und im Pfarrhause hätten sie gar nichts Grünes. War das nicht deutlich genug gesprochen? Ich sollte ihm für etwas Grünes sorgen? Und ich tat es so gerne, dachte die ganze Woche dran und hätte ich es nicht getan, hätte der Vater mich gemahnt. Er war so bescheiden und klagte gar nicht über des Pfarrers im Blackenboden, wenn wir ihm auch Anlass dazu gaben, indem wir, gestützt auf das, was die Blackenbödeler über des Pfarrers zu sagen pflegten, ihn zuweilen bemitleideten. Er könne nicht klagen, sagte er dann. Sie meinten es nicht bös, aber verstanden es nicht besser. Er sei nicht meisterlosig und nie hungrig zu Bette gegangen. Nur sei es ihm nicht angenehm, wenn die Frau Pfarrerin immer sage, was das Stück Fleisch auf dem Tische gekostet und wie teuer aber mal das Brot sei und ein Pfarrer, wenn er einen Vekar habe, ins arme Tage geraten müsse notwendig. Das stelle ihm zuweilen den Appetit, dass er nicht recht esse. Wenn er daher hungrig bleibe, sei es seine Schuld, denn genug wäre da gewesen. Das rührte mich immer. Das gäbe dir einmal ein gut Mannli, musste ich denken. Ich mochte wollen oder nicht. Ja, lacht nur ihr Frauen. Ihr habt recht, aber dass er mein Mannli werden könnte, daran dachte ich doch wahrhaftig nicht. Nein, das fiel mir nicht von weitem ein. Die Frau Pfarrerin war besonders berühmt wegen schlechten Kaffee, wo Kaffee hieß und zumeist auch nicht eine Bohne da rein sein sollte. Als ich ihn einmal darüber fragte und er entschuldigend sagte, das wiss er nicht, etwa viel Tugend habe er nicht, aber doch kein Abkuss, er sei zu trinken, besonders wenn man durstig sei, sagte mein Vater, mach dem Herrn Vikari ein Kaffee. Er kann dann unterscheiden, was eigentlich Kaffee sei oder nicht. Er tut uns wohl die Ehre an und trinkt eins mit uns und schämt sich unserer nicht, wenn wir schon geringe Leute sind. Der Vikar war sichtlicher Freude über die Einladung und gab ein Kapitel gegen den Hochmut los und erklärte, wenn er schon Bürger von Bern sei, so wüsste er nicht, warum er eigentlich stolz darauf sein sollte, von wegen er sei nicht schuld daran, dass er es sei. So habe es ihm Gott geordnet. Er hätte ebenso gut in einem Städtchen, ja sogar in einem Dorfe geboren werden können, wenn es Gottes Wille gewesen wäre. Ich zitterte vor Freude und Angst, dem Herrn Vikari aufwarten zu dürfen, ob schon ich fast nicht wusste, wie ich das machen sollte. Es war die erste Visite, die ich servieren sollte, und noch dazu ein Vikar, wenn auch ein kleiner, man stelle sich das recht vor. Ich machte alle Augenblicke etwas Verkehrtes, was meinen Vater bitterlich ärgerte und dass er allemal rügte, um zu zeigen, dass man es denn doch eigentlich besser wüsste. Aber Setti, wie dumm! Setti, was denkst? Setti, bist hinterführt im Kopf? kamen alle Augenblicke. Ich hätte klafter tief in den Boden sinken mögen. Es ist mir recht leid, Herr Vikari. Ich hätte euch nicht einladen dürfen, wenn ich gedacht, wie dumm Setti zur Sache tun würde. Es ist sonst gewiss nicht so dumm, man kann es recht ordentlich brauchen. Wenn es Gottes Wille ist, dass es einmal einen Mann bekommt, so wird der sich verwundern, was es alles kann. Pflanzen kann es recht ordentlich und mit Kochen kann es auch mehr als eine Mehlsuppe machen. Es wäre ihm ein Recht guter einmal zu wünschen. Aber Vater, was schwatzt ihr Laufen, schweig doch um Gottes Willen, sonst laufe ich fort, ich will gar keinen Mann. He, sagte der Vater, Welle oder nicht Welle, man kann nicht wissen, und wenn du immer so dumm tust, so bekommst du keinen, wie gerne du auch einen möchtest. Geil der Vicari. Was der Vicari antwortete, hörte ich nicht. Ich hatte mich ins Kucheli hinaus gemacht, so böse über meinen Vater. Ich schäme mich dessen noch jetzt, ich glaube, ich hätte ihm in die Haare fahren können. Indessen es verrauchte, als der Vicari mir den Kaffee rühmte und mir zlieb, wie er sagte, drei Kacheli voll trank und endlich sagte, er habe seit langem nie so wohl gelebt. So machte sich der Verkehr immer heimeliger, aber auch von weitem kam uns auch als mich die Leute mit einem Liebeshandel unter dem Tore aufzuziehen begannen, weckte es keine Gedanken. Ich betrachtete es als üblichen Spaß und lachte dazu. Es war mir bloß Angst, der Vicari vernehme etwas davon, werde böse darüber und nehme den Tabak an einem anderen Orte. Das wäre mir leid gewesen, nicht wegen Profit bloß, sondern wegen Vater, der so gerne mit ihm schwatzte und selten fehlte zur üblichen Zeit. Da lachten wir und die Frau Pfarrerin fuhr fort. So kam es mir wenigstens vor und böse machten mich die Leute, dass sie sich über sowas aufhielten. Ging es sie doch nichts an, redeten sie nicht auch mit wem sie wollten und wir ließen sie machen. Aber Frau Pfarrerin sagte lächelnd die Frau Landvögtin und wegen euch wäre es euch nicht auch leid gewesen, wenn der Vikari nicht mehr gekommen wäre? Hintendrein vielleicht wohl Frau Landvögtin, sagte die Frau Pfarrerin, aber gewüst dachte ich damals gar nicht an mich. Ich dachte wohl daran, in welche Herrlichkeit eine Frau Pfarrerin komme, was sie in Haus und Garten walten könne und unter den Weibern sei fast was eine Königin. Sonderbar, wenn sie einen so guten, gelehrten Herrn zum Manne hätte, wie der Vikari einer war. Aber dass ich zu einem solchen Glück kommen könnte, das fiel mir wirklich nicht ein. Er gab mir aber auch keine Ursache an sowas zu denken. Er war nicht wie andere junge Herr Leni, die jedem Führtuch Komplimente machen und Schänzeln mit jedem Zaun stecken. Von dem war bei ihm keine Spur. Er war so freundlich, aber doch ernsthaft, nannte mich immer Jungfer Lisette und nicht einmal die Hand gab er mir. Und doch Evikari Denket! Er redete auch nicht vom Etablieren und zukünftigen Aussichten. Er machte den Mund auf keine Weise süß. Er rühmte auch seine Predigen nicht. Wenn er je darüber sprach, so klagte er, wie schwer es ihm gehe. Das sind gerade die schlimmsten, Frau Pfarrerin, sagte ich. Sie demütigen sich nur scheinbar, damit man sie desto mehr erhebe und rühme. Nein, wahrhaftig nicht, das tat er nicht. Der war viel zu aufrichtig. Er war gar nicht, wie jetzt die Leute sind, und es hätte ihm nichts genützt. Ich rühmte ihn nicht, ich hätte ihm doch nicht sagen können, was ich von den Leuten hörte. Er werde wohl bald fort wollen, er sei schon lange da, keiner noch so lange. He nun, man werde sich dreinschicken müssen, aber reuen tue er sie, wenn er schon so ein kleiner sei. Einmal an einem Montag kam er nicht, und alles warten und alles lurken half nichts. Er kam nicht, und die ganze Woche durch kam keine einzige Seele aus dem blacken Boden, die man hätte fragen können, ob der Vicari fort sei oder krank. Er war auch schon an einem Montag ausgeblieben, aber er hatte es allemal vorher gesagt und zwei Päckli Tabak zusammengenommen. Er möge hinkommen, wohin er wolle, sagte er, so fänden die Leute, er rieche sehr gut. Das war eine lange Woche, und was da einem in Sinn kam, was begegnet sein könnte, und väger dem Vater so gut als mir. Er sagte oft, wenn das Laufen ihm nicht so zwieder, er wollte nicht so lange im Gwunder sein. Am nächsten Montag machte es gar werde er per se nicht kommen, dachten wir. Indessen auf die Vorsorge machte ich etwas früher zum Mittag wie gewöhnlich, damit alles Abweg sei und ich noch Zeit hätte, mich ein wenig Zweig zu machen, wenn er kommen sollte. Nicht zu putzen, bewahre, da hätte mir der Vater ein schönes Kapitel gelesen. Aber bei der Arbeit, welche mir oblag und am Morgen nach 5 Uhr anfing, war man des Mittags nicht mehr wie aus einem Druckli. Allweg schadete es nicht, wenn man ein wenig Strähl und Wasser brauchte und anfällig das Halstuch, welches bereits den Sonntag mitgemacht, aufpflanzte. Während wir am besten beim Essen waren, klopfte es an der Türe, was bei dem Verkehr, den wir hatten, wo gar oft jemand etwas zum Hüten gab, oft geschah. Der Vater rief Ume Üne und herein kam der Herr Vicari, ganz schwarz angezogen, in vollem Start, mit dem Dreieck auf dem Kopf, wie es damals bei Feierlichkeiten noch üblich war. Mein Gott, wie erschrak ich. Ich meinte, ich müsse unter den Tisch. Es war mir gar nicht mehr zu helfen, Nitz Weg macht und der armselig Tisch, an dem wir saßen. Mein Gott, es wird mir jetzt fast schwarz vor Augen und Katzen Angst, wenn ich daran denke. Er machte Entschuldigungen, dass er störe, aber er habe in einer wichtigen Angelegenheit mit uns zu reden und daher einen Augenblick gewählt, wo er uns beisammen finde und ungestört sein Anliegen vorbringen könne. Wir würden gehört haben, dass er Pfarrer geworden sei in Bohnen Gschüch. Nun, das sei viel gemacht vom Herrn Vicari, dass er die Mühe nehme und dieses Selbsten zu annoncieren. Aber nun kam es noch ganz anders, dass Vater und ich ganz verschmeiert wurden. Er begehrte mich zur Frau und tat so schön dar, wie er eine Weise sei, verlassen von der Welt und er eine Frau haben müsse, welche ihm Vater und Mutter sei und alles in allem, dass ich noch heute weinen muss, wenn ich daran denke. Nun erzählte er, wie er in mir alles in allem gefunden, dass der Vater laut aufweinte wie ein Kind, dass ich nicht wusste, werde es ihm übel oder nicht und als er aufhörte, keins von uns ihm antworten konnte. Also ich, das arm Torwärter Meitschi, sollte Frau Pfarrerin und Burgerin von Bern werden. Das war zu groß für meinen Kopf. Es wollte gar nicht als Wahrheit hinein. Es kam mir vor als geträumt. Der Vater konnte zuerst antworten und redete von der Ehre und unserer Armut. Nur ich in meiner Angst jammerte, ich könnte den Vater nicht verlassen, wer das Lädeli hüten sollte, wenn ich fort ginge. Da kam das Beste noch nach. Wenn es nur das sei, was die Jungfer Lisette hätte, so habe er daran auch gedacht und das sei leicht beseitigt. Er möchte den Vorschlag machen, dass mein Vater mit uns käme. Es wäre ihm ein großer Dienst, wenn anzufangen. Überhaupt verstehe er nichts vom Landleben und sehe erst jetzt ein, wie wichtig es sei für den Pfarrer, wenn er wüsste, was üblich und bräuchlich sei. Mein Vater verstehe das aus dem Fundament, wie er sehe. Da könnte er ihm äußerst behilflich sein. Denn dass er etwa als Knecht oder Tagelöhner einstehen solle, daran denke er nicht von Ferne, davon dritten Himmel. Was wir darauf antworteten, weiß ich wirklich nicht mehr. Ich weiß bloß nach, dass wir uns endlich setzten, das Lädeliefer gasen. Der Vater sagte, Lisette, räum doch ab, ein Reich wie, ihr maß, körst. Dass wir Wein holten, geschah hier und da. Bald tat es der Vater, bald ich. Und ganz ungeniert, denn wenn man keinen im Keller hat, und welchen haben sollte, muss man ihn holen. Diesmal dachte der Vater nicht daran zu gehen, wie unendlich gerne ich es auch gehabt. Ja, gellet, Frau Pfarrere, sagte die Frau Landvögtin, ihr wäret gerne beim Herrn Vikari daheim geblieben. Ich hörte noch nichts vom Verlobungskuss. Es ist sonst überall der Brauch, dass man sich da um den Hals fällt und Münchi gibt. Oh, püht is, Frau Landvögtin, das is gar nüch si, dara hörn niemand denkt. Wenn der Vater gegangen wäre, so wären wir erst in Verlegenheit gewesen und hätten nicht gewusst, was sagen, und aus Verlegenheit wäre ich wohl ins Lädeli gelaufen. Nein, ich schämte mich zu gehen, weil ich dachte, sie täten es mir ansehen, was vorgegangen, wüssten, dass der Wein für den Vikari wäre, täten mich tapfer aufziehen und dachtet noch niemand daran. Das Stuben Meichi, als es mir den Wein gab, fragte mich leise, Lisette, saßt heute den Vikari noch nicht oder weißt, möglicherweise sah es mich nicht an. Es setzte hinzu, er kehrt gewöhnlich bei uns ein, da möchte ich ihn fragen, was für Schriften man nötig hat zum heiraten. Er weiß es am besten, aber sag es niemandem. Hab nicht Kummer, antwortete ich ehrlich. Aber Frau Pfarrerin, sagte die Frau Landvögtin, erlaube zu fragen, wann gab euch denn der Herr Vikari das erste Münschi? Am Hochzeitstage, antwortete die Frau Pfarrerin unbsinnt. Das wäre mir wohl lang gegangen, bemerkte die Frau Landvögtin, und euch, Frau Pfarrere? Ihr seid eine böse, antwortete die Frau Pfarrerin und fuhr fort. Ihr habt keinen Begriff, wie der Gedanke, Frau Pfarrerin, ja, Burgerin von Bern zu werden, alle anderen Gedanken verschluckte, unmöglich machte. Wer hätte da an einen Münschi denken sollen? Ich konnte gar nichts denken, lief aber doch unglücklicherweise zum Bäcker um ein Frischbrötchen. Hast Besuch, Lisette? Wen hast? fragte die Bäckerin. Dr. Wick kam es mir raus, ehe ich dran dachte, dann schoss mir alles Blut in den Kopf und lief davon. So, Lisettli, so, rief sie mir nach. Wer hätte das von dir gedacht? Wie der Nachmittag verging, weiß ich nicht. In der Nacht tanzte Bett, Turm, Stadt mit mir in der Welt herum. Und in Zwischenräumen wollten mich die Frau Pfarrerin und die Burgerin von Bern fast versprengen. Und wie oft ich sagte, oh, Lisettli, ist's möglich, weiß ich nicht. Am folgenden Morgen schon lief allerlei im Städtchen herum, verdächtiges hauptsächlich, als ob der Vicar hier einen Einzug hätte. Alle wollten ihn bei mir gesehen haben. Sein Tabakhandel mit mir kam jetzt auf die Trommel. Wahrscheinlich kam alles von der Bäckerin aus. Es muss ein arger Spektakel gewesen sein, denn gegen Mittag schritt unser Herr Pfarrer daher und stellte sich beim Vater unter dem Tor und sagte ihm, er müsse doch fragen, was an der Sache sei. Plötzlich kämen ihm da Dinge zu Ohren, an die er nie gedacht, uns nicht zugetraut, und wie er leider vernommen, sei das ganze Städtchen voll davon. Er solle ihm jetzt aufrichtig sagen, ob es wahr sei, dass ich ein Zög mit dem Vikari habe, ihn locke, dass er Xotte und Brate bei uns sei. Als ihm der Vater nun sagte, das sei nicht wahr, aber der und ich seit gestern unerwartet seine Braut, da verstundete er und wollte es fast nicht glauben. Wir hätten Spaß für ernst genommen, man müsse nicht gleich alles für bar annehmen. Als er es endlich glauben musste, wünschte er mir Verstand zu meinem Glück, es sei größer als ich denke. Vielleicht wüsste ich nicht, dass ich auf eine der besten Zünfte komme, aber es fehle mir und nicht mit Schanden. Das erträumte einem nicht. Sie wollten mir gerne verhelfen zu allem, was ich nötig hätte. Ich solle forthin zu ihnen kommen, so oft es mich freue. Daran aber hätte er wirklich nicht gedacht. Es heißt nicht umsonst, stille Wasser seien tief. Was es erst jetzt für einen Lärm im Städtchen gab, kann man sich denken. Aber alle Leute schienen mein Glück mir zu gönnen, selbst im Pfarrhause, wo doch sieben Töchtern waren. Alles war so gut gegen mich, es war, als ob das ganze Städtchen mein Glück sich als eine Ehre anrechne. Man lud mich allenthalben ein, und ich musste immer wieder erzählen, wie alles zu und her gegangen, vom ersten Päck wie Tabak an, bis auf den letzten Tag. Der Vater meinte, die Leute trieben das Gespött mit mir, aber ich glaubte es ihm nicht. Ich hätte nicht gewusst, warum sie das tun sollen. Das war eine Art Weltschland für mich, wo ich einen Begriff erhielt, wie man Besuche machte oder Besuche empfing. Bei meinem Vater unterm Tor hatte ich nicht Gelegenheit gehabt, hierin Erfahrungen zu machen. Leider war diese Zeit sehr kurz. Wir mussten pressieren mit dem Aufziehen und hatten so viel zu tun mit Raten und Anschaffen. Da kam uns der Vater sehr komod. Er hatte Verstand in der Sache und sparte uns viel Geld. Der Herr Vikari und ich waren lötige Kinder und des Herren Pfarrers in blackem Boden halfen ihm auch nicht. Sie waren schrecklich böse über diese Heirat. Sie sagten, es sei eine Schande für die dass ein Burger die Frechheit hätte, einen so gemeinen Mensch als Burgerin herzuschleppen. Das soll ihm nicht vergessen werden auf Kinds Kinder nicht. Da sie keine Töchtern hatten, so hieß es, sie seien deswegen so böse über seine Heirat, weil sie ihn gerne als Vikar behalten hätten, denn er sei gar ein kleiner Esser und Wein trinke er fast keinen. So einen Wohlfeilen musste auf Bern, wo ich noch nie gewesen. Es war ein großer Tag für mich, ich freute mich, aber mit Furcht und Zittern. Da war ich also künftig daheim und durfte doch kaum abtrappen in den Lauben. Er führte mich, damit ich mehr Mut bekomme, überall hin an der Hand. Ohne dieselbe hätte ich kaum gehen dürfen, glaube ich. Es war eine große Erlösung für mich, als wir die Tore im Rücken hatten. Ich hatte große Angst, wir verirrten uns und fänden den Heimweg nicht mehr. Trotzdem der Herr Vicari mich immer versicherte, erkenne von Jugend auf jedes Äggeli und wollte jedes Haus finden mit verbundenen Augen. Nächst diesem Tage war der wichtigste in meinem Leben der Tag, wo wir Hochzeit hatten und in die Gemeinde zogen. Bis dahin hatten wir viel Not aus zu stehen, denn wir beide verstunden von allem nichts und der Herr Vicari sagte oft, wenn wir meinen Vater nicht hätten, er wüsste gar nicht, wie es gehen sollte. Wir nahmen unsere geringen Habseligkeiten mit, der Vater wollte nichts davon zurücklassen. Man könne alles brauchen, sagte er, was man habe, brauche man nicht zu kaufen. Es brauche ja ohnehin schon so viel Geld. Denn ein prächtiges Möble schaffte der Herr Vicari an unter Vaters Beistand und viele Geschenke bekamen wir. Ich wurde ganz beschämt. Es war fast, als wolle das ganze Städtlein an unserer Aussteuerung teilnehmen. Wir hätten nie geglaubt, dass wir den Leuten so lieb seien. Wir glaubten lange, unsere Habe nicht auf einen Fuder bringen zu können. Am Ende gab es sich aber. Der Vater meinte, ein solcher Aufzug werde Respekt ins Dorf bringen. Er ging mit dem Fuder einen Tag früher ab als wir und wollte uns alles einrichten. Am folgenden Tage wollten wir auf dem Wege uns kopulieren lassen und gegen Abend einziehen im Bohnen Gschüch. Das war ein Tag, von dem ich wenig zu sagen weiß, als dass ich nicht wusste, ging ich auf dem Kopf oder auf den Füßen. Ich war so voll Demut und voll Glück, dass ich den ganzen Tag kein Dutzend Worte sprechen konnte. Ich schwamm in einer Herrlichkeit, die unaussprechlich war. Ich konnte den begrüßenden Leuten kaum danken, ungehindert ließ ich die Tränen rinnen die Backen ab. Man lachte viel über uns, aber wir merkten es nicht. Aber wir, besonders mein Mann, hatten eine so aufrichtige Liebe zu den Menschen, dass das Lachen verging und es hieß Mein Vater stellte am meisten vor und war die Respektsperson im Hause. Unter den Bauern fühlte er den bekannten Burgerstolz in eben rechtem Maße. Er saß unter ihnen wie unser Burgemeister daheim mit seinen Untergebenen. Hatte viel erlebt, wusste was zu erzählen, mit dem Lande auch umzugehen, besonders mit den Bäumen, was ihm ganz vorzüglich Achtung verschaffte. Wir lebten sehr einsam, das Dorf lag abgelegen und besonderen Verkehr hatten wir auch mit den anderen Pfarrern nicht. Mein Mann war schüchtern und ich noch mehr. Ich begreife, dass man nichts mit uns zu machen wusste. Wenn wir auch nicht gerade dumm wir es doch nicht zu zeigen, dass wir es nicht waren. Aber wir lebten nicht desto weniger glücklich und namentlich mein Mann an der Gemeinde, der Vater an den Bäumen, ich am Garten. Und je enger früher unsere Gebiete waren, desto weiter und schöner kam jedem das Feld vor, das sich ihm eröffnet. Und was das eine freute, freute auch das andere. Und diese Freuden um uns jeden Tag neu und anders. Jede Jahreszeit brachte ganze Körbe voll. Wir konnten uns wie Kinder freuen über das, was wir ernteten und das, was nachwuchs. Und den ganzen Winter über aufs herzlichste auf den Frühling. Besonders mein Mann, der in der Stadt aufgewachsen und keinen Begriff vom Segen und den Freuden des Landes hatte, war ganz glücklich. Ein neues Leben war ihm aufgegangen und dazu kam das Gefühl, dass er doch auch etwas sei, unabhängig und geehrt und geliebt. Aber er war auch gar so lieb und gut, dass es gar nicht auszusprechen ist. Er hatte es nicht so, wie ich oft hörte, dass die, welche am armseligsten aufgewachsen, später am meisterlosigsten seien und fast nicht, es ihnen zu treffen, dass sie zufrieden sein. Er sagte so oft, er hätte nie gedacht, dass man so glücklich sein könne und am allerwenigsten, dass er es je werde. Mein Vater war es nicht weniger als mein Mann, aber er schrieb nicht nur sein Glück, sondern unser aller Glück ihm zu. Man sollte sehen, wie es ginge ohne ihn. Wir wären arme Tröpfe und möchten nicht quaren und wir glaubten es. Wir glaubten alle, dass wir ein Glück über verdienen hätten, absonderlich ich. Ich war oft so kindisch, dass ich mich schämen musste und dann dachte ich wieder, wir hätten ein viel zu großes Glück. So könne es nicht bleiben, wir würden es büßen müssen. Dann wurde ich fast schwermütig und ich musste oft daran denken, wo der liebe Gott anfangen werde mit seinen Gerichten. So arm wir eigentlich waren und anderen vorkommen mochten, für so reich hielten wir uns, denn keins von uns hatte je so viel Geld gehabt. Und da wir in gewohnter Armmütigkeit fortlebten, keine fremden Leute hatten, die Leute keine Ansprüche an uns machen zu dürfen glaubten, so hatten wir immer übrig und schienen uns selbst im Glück zu schwimmen. Glücklichere Leute hätte man sicher weit umher nicht antreffen können, als wir waren und zwar mehrere Jahre lang. Da starb zuerst mein Vater sehr rasch und unerwartet. Er hatte seine Rüstigkeit so bewahrt, dass wir gar nicht dachten, er könnte uns sterben. Er machte uns eine große Lücke ins Leben, er fehlte uns allenthalben. Dazu hatten wir keine Kinder, kamen einsam und verlassen vor, machten uns nach und nach ein Gewissen daraus, so alleine für uns zu leben unbelastet, während andere unter ihrer Bürde fast erliegen mussten. Wir meinten, Gott meine es auch so, und durch den Tod meines Vaters habe er uns einen Fingerzeig geben wollen. Wir freuten uns recht kindlich, als wir endlich eins fanden, welches uns beiden gefiel. Einen schönen Knaben mit weißem Gruselhaar und freuten uns schon damals sehr auf den Gotteslohn, den wir ob ihm verdienen wollten. Und umso mehr, da das Kind aus einer verwahrlosten, liederlichen Familie kam. Du arms liebst Röpfli, wie gut ist's dir gegangen, dass du in andere Hände gekommen bist, wo du ein rechter Mensch werden kannst. Gott und den Menschen lieb. Wir hatten eine unaussprechliche Freude an dem Kinde. Es war unser klein Herrgöttlein. Wenn mein Mann es nicht an der Hand hatte, trug ich es auf den Armen. Sein Wille galt unumschränkt und was wir dazu noch ersinnen konnten, taten wir. Ja, wir vergaßen beinahe Blumen und Bäume ob ihm. Es konnten Lieblingsäpfel reifen, wir merkten es nicht. Er konnte Blumen und Töpfe zerschlagen, wir werden nicht. Wir sahen zu mit blutendem Herzen. Es sei sich gar nicht zu wundern, dass er es so mache, er wisse es nicht besser. Wenn er Verstand erhalte, werde es schon anders kommen. Aber das wollte nicht anders kommen, sondern das Gegenteil. Er wurde immer böser, roher, verderben war seine Lust. Und trotzen tat er statt gehorchen. Was wir ihm auch taten, kein Funke Liebe wollte sich bei ihm zeigen. Nicht eine Spur von Leid, wenn er auch sah, wie sehr er uns betrübt hatte. Flattieren konnte er wohl, bis er hatte, was er wollte. Hintendrein höhnte er uns aus. Wir hofften lange, lange, es komme noch besser, und sprachen zu. Aber es kam nicht besser. Hand legen an ihn durfte keins von uns, auch als es uns schien, es wäre vielleicht gut. Im Dorfe konnte er auch machen, was er wollte, niemand sagte ihm die Wahrheit. Die anderen Kinder meinten, sie dürften nicht anders als ihn regieren lassen. Er wurde ein eigentlicher Tyrann. Wir jammerten zusammen, wir weinten aus Erbarmen als wie über ein eigenes Kind auf bösen Wegen. Aber was machen? Er war hart wie Stein, mit Worten brachte man nichts ab, und wer wollte ihn schlagen? Er sah unser Leid, aber er achtete sich dessen nicht das Mindeste. Wir verheimlichten eins dem anderen, was wir wussten, um den Verdruss einander nicht schwerer zu machen. Sobald die Leute von weitem merkten, dass der Knabe uns Leid verursache, wir nicht mehr ganz blind an ihm sein, begannen sie zu brichten, leise erst, nach und nach immer lauter und konnten sich nicht satt wundern, dass wir ihn noch bei uns hätten, nicht dahin schickten, wo er früher gewesen. Sie erzählten wir unserem Ansehen schade und, was er ungestraft tun könne, auf unseren Konto geschrieben würde. Wir wollten lange nicht einmal daran denken, dass wir ihn wegtun könnten, wie hätten ihn ja aufgenommen. Endlich begriffen wir, dass wir damit nicht versprochen, ihn ewig bei uns zu behalten, sondern nur für ihn zu sorgen. Dafür brauchte er ja nicht bei uns zu sein, ja, an einem anderen Orte konnte es noch viel besser geschehen als bei uns. Wir sagten es ihm, er müsse fort, wenn er nicht besser tue. Allein er lachte uns aus, er gehe nicht, wir sollten es nur probieren und zuletzt könne er mit seinem Leben machen, was er wolle. Und dazu konnte er wieder flattieren, dass wir es nicht übers Herz brachten, ernst zu brauchen und eine Drohung auszuführen. Wir gaben uns in den täglich neu werdenden Verdruss, meinten, es müsse so sein, es sei ja jedem bestimmt. Die müsse er geduldig tragen und wir hätten ja sonst gar nichts als dieses Elend mit unserem Gottliebeli. Weiß Gott, wie es am Ende gegangen wäre, wenn der liebe Gott sich nicht unserer erbarmet und als wie mit seiner Hand eingegriffen hätte. Er nahm uns den Knaben ab, sandte den Tod und ließ ihn zu sich bringen. Der Knabe zeigte in seiner Krankheit viel Gutes. Wir meinten, er hätte sich sicherlich gebessert, baten inbrünstig um sein Leben. Sein Tod hielt uns sehr hart. Wir haderten mit Gott. Aber endlich kamen wir zu der Erkenntnis, dass er sich nur unter der Hand Gottes gedemütigt, da die als Krankheit so schwer auf ihm lag, da, wenn Gott diese weggezogen und in unseren Händen wieder übergeben, er der Alte wieder das war unser Trost, dass Gott ihn nicht wieder zurückfallen ließ in den Trotz der Sünde, sondern ihn abrief in den guten Stunden, wo er zerknirscht war und den Willen zur Besserung hatte. Wir erkannten endlich, wie gut es Gott mit uns gemeint, dass er uns von einer Last befreit, welche wir in unserem Gutmeinen selbst aufgeladen hatten. Er gab uns keine Kinder, er wusste, dass unsere Gieren. Warum wollten wir weiser sein und ladeten solche Erziehung uns auf und wollten haben was andere und dachten nicht an das, was wir vor tausend voraus hatten? Und doch wollte er nicht, dass um unserer Torheit willen eine Seele verloren gehe, ließ ihn nicht in der Verhärtung sterben, nicht zum Verbrecher reif werden, stieß uns nicht auf Lebzeiten von glühendem Stachel ins Herz, dass wir schuld an der Verderben einer Seele seien. Das war die bitterste Zeit, die wir hatten. Wir sollten die Unvollkommenheit dieses Lebens eben auch so recht empfinden nach unserem Verdienen. Darauf flossen unsere Tage wieder dahin, friedlich und lieblich und jeder brachte uns etwas Gutes und meist etwas Frohes. Wir waren in der Besorgung großer und kleiner Pflanzen recht geschickt geworden, hatten viel Glück dabei und dieneten vielen Leuten weit umher. So floss eine Reihe von Jahren fast unbemerkt dahin. Wir wurden nachgerade alt, als mein Mann plötzlich starb. Daran hatte ich nicht gedacht. Er war nicht krank gewesen, kaum unpässlicher als sonst. Er döckte gerne, wahrscheinlich weil er kränklich war von Jugend auf. Daher nahm man es als ein gewohntes hin, dass ihm etwas fehle und ob etwas mehr oder etwas minder merkte man nicht. Das war ein Schlag aus heiterem Himmel, als ich so plötzlich tot ihn hatte. Erst jetzt empfand ich, wie lieb ich ihn hatte. Eigentlich nur in ihm gelebt, fast 40 Jahre lang. Er war mein Vater, mein Mann, mein Kind, mein Alles gewesen. Und doch ermahs ich meinen Verlust noch nicht, wusste nicht, was mit ihm alles zerrissen war und zu Grabe ging. Das Dörfchen war meine Welt geworden, außerhalb demselben kannte ich niemand mehr. All meine Hoffnung, mein Trost war, in demselben bleiben zu können, bei meinen Bäumen, meinem Kirchlein, in der Nähe von dem, das mir Dorfe, bei denen mir so lange so wohl war. Mit einem einzigen Stübchen wollte ich Vorlieb nehmen, und gerade eins, wie ich es wünsche, wusste ich. Vermögen hatten wir keines zusammengebracht, anfangs und im Leben nicht. Wir hatten wenig gebraucht für uns, aber als die Leute das merkten, so brauchten sie desto mehr, desto nötlicher, und wir gaben beide gerne und behielten auf diese Weise nichts für uns. Als alles Überflüssige verkauft war, blieb eine kleine Summe. Zudem hatte ich Rechte in zwei widmeten Stiftungen, aus deren Ertrag ich prächtig zu Leben hoffte. Dem Abgeordneten der Zunft war das nicht recht. Er gab mir ziemlich unverblümt zu verstehen, ich sei eine dumme Frau und verstehe das Ding nicht. Ich wüsste nicht, was alles dahinten bleibe, wenn ich nicht mehr Frau Pfarrerin sei und alles kaufen müsse. Und die Burgernutzungen, welche ich aber nur bekomme, wenn ich in Bern wohne, seien auch etwas zu rechnen. Aber es war mir, als sollte ich sterben, wenn man mir von weggehen redete. Darum hatte ich furchtsame Person den Mut, mich dem Wegziehen zu widersetzen, dem grimmigen Gesicht des Herrn Weisen Vogts trotz. Probiert's meinetwegen, sagte er endlich, ihr werdet es bald erfahren, wer Recht hat. Er hatte Recht, ich dachte nicht, was mir mit meinem Manne alles begraben wurde. Den neuen Pfarrersleuten kam ich als dumme alte Frau vor, mit der man nichts zu reden wüsste, von der man lieber wollte, sie wäre nicht da. Ich durfte weder im Garten noch im Baumgarten herumgehen, sie waren fremdes Besitztum geworden, man ermunterte mich nicht dazu, von Ferne nur durfte ich sie noch ansehen. Die Leute waren auch anders geworden, fremder, kälter, es war, als ob sie fürchteten, die Pfarrersleute zu beleidigen, wenn sie gegen mich freundlich wären wie ehedem. Dagegen blieben die Ansprüche die Alten, und gegen wen wir früher gut gewesen, meinte das Recht zu haben, immer die gleichen Guttaten von mir zu fordern. Man hielt mich auch für reicher als ich war, man ließ sich nicht ausreden, ich hätte geheime Schätze. So ein schön Einkommen, keine Kinder, ein so einfach Leben, da müsste es ja der Tu sich tun, wenn die nicht ein schön Vermögen haben sollten, sagte man immer. Ach, du mein Gott, wenn man gewusst, wie oft wir eng im Gelde gewesen, man hätte nicht so gesprochen. Aber wir hatten es nicht im Brauch, wie andere, die, wenn sie einmal einen Kreuzer gespendet, auf den Markt laufen und gackeln als wie Hühner, die hintereinander drei Eier gelegt. Nach und nach verzehrte ich meine Vorräte, oder sie ginge mir sonst fort. Ich brauchte immer mehr Geld, wurde immer ärmer und musste dem Waisenvogt schreiben, ich könnte es mit dem Gewohnten nicht mehr machen. Er sollte mir mehr senden. Ich hoffe, es werde schon wieder bessern, aber es sei alles gar teuer. Er schrieb mir barsch und kurz. Hab er es nicht gesagt? Ich werde jetzt wohl froh sein, auf Bern zu kommen. Er werde mir ein Los da werde ich wenigstens meine Sache nur für mich brauchen und nicht fort und fort gerupft werden, als ob ich noch Frau Pfarrerin sei. Der Herr hatte vollkommen recht. Jetzt sehe ich es wohl, damals aber nicht. Es war mir viel schrecklicher, als wenn er mir geschrieben, er hätte mir den Totenbaum bestellt. Ich stellte vor, ich wollte arbeiten ums Geld und einstweilen könnte man mein Kapitelchen angreifen, es waren ja keine Kinder da. Aber da half alles nichts, es blieb bei des Herren Wort. Da war eine Zeit des Weinens. Am meisten schmerzte mich das Zureden der Leute, ich soll doch nicht so wüst tun, es sei gewiss in Bern ein lustig Leben, und so viel Holz und so viel Geld dazu, ich solle doch denken. Ich glaubte endlich Not zu merken, dass die Leute meiner satt seien, meiner gerne los wären, von wegen, man könne nicht wissen, wie es mit ihr noch kommen könne. Das tat mir grausam weh, das machte mir das Zügeln leichter. Aber als es endlich sein musste, da wollte das Herz mir doch brechen. Die Bäume blühten so herrlich und noch manches Auge wurde nass, noch manche alte Mutter sagte, es wird mir ungwarnst tue, wenn ich euch nicht mehr habe. Hier sehen wir uns kaum mehr, aber so Gott will, einmal an einem anderen Orte und vielleicht nicht über langem, mit mir gehe es alle Tage eine Abe und ihr habt auch grusam geschlechtet die letzte Zeit. Da war ich nun in der weiten steinigen Stadt und kannte keinen lebendigen Menschen als meinen Herrn Weisen Vogt, wo es mir immer war, wenn ich ihn von weitem sah, als müsse ich draus laufen, als sei er der Bär aus dem Graben und komme her, mich zu fressen. Es war undankbar von mir, denn er hatte für mich gesorgt wie ein Vater. Diese Stübchen sich nötig hatte und eine scharfe Vermahnung, keinen Stadtbesen, keine Hochfahrtsnärin zu werden, wie es Frau Pfarrerinnen, welche in die Stadt kämen, oft im Brauch hätten, gab er mir obendrein. Ach, der Mann meinte es gut, aber wie weit er nebendurch schoss, das begriff er nicht. Schüchtern von Natur und dadurch noch mehr eingeschüchtert, machte ich keine Bekanntschaften. Ja, im Anfang durfte ich kaum aus meinem Stübchen, sah keinen Baum, keine Blume, hörte kein Vögelein pfeifen. Da erfuhr ich, was es heißt, sterben aus Langeweile, aus dem Gefühl, verlassen zu sein von allen Lebendigen, niemanden zu sein auf der weiten Welt, zu leben, ohne dass jemand auch nur die geringste Teilnahme an einem genommen hätte. So lebte ich einige schreckliche Wochen durch und wäre wohl gestorben, wenn mir Gott nicht den Gedanken eingegeben hätte, etwas Lebendiges in meinem Stübchen zu hegen. Ich wagte mich auf den Markt und fand mich da alsbald in einer bekannten Welt. Was in den Körben war, kannte ich alles und mit den Bauernweibern war ich gewohnt zu reden. Ich lebte neu auf und hatte eine recht herzliche Freude an all dem schönen und oft recht sorgsam gepflegten, was ich da sah. Ich kaufte einige Blumenstöckli, später mein Vögeli und ging später doch alle Markttage auf den Markt. Das war mein Leben und allmählich ans Ausgehen gewohnt, fand ich andere Orte noch, wo ich ungestört an Blumen und Bäumen mich erfreuen konnte. Die schönen Totenhöfe zum Beispiel und die an Werktagen verlassenen Lust Orte der jungen Welt um die Stadt herum. So lebte ich allgemach mich in die Stadt hinein, ohne nähere Bekanntschaft mit irgendeinem Bewohner zu machen. Die Marktweiber blieben meine einzigen Bekannten, die mich recht lieb hatten. Ich lebte ein recht still vergnügt Leben, wie ich nicht geglaubt, dass es mir noch beschert sei. Und war ich einmal trüb im Gemüte, so kam mein Vögelchen und pickte so lange an mir, bis ich mit ihm zu Schnäbele begann. Auch kann ich mit dem Gelde besser fort als auf dem Lande. Es machte kein Mensch irgendeine Anforderung an mich, so dass ich mich recht schämte, so wenig Gelegenheit zu haben, um Gutes zu tun. Und ängstlich dachte, wie das einmal gehen solle, wenn Gott mich frage, und dann du? Was hast du Ich muss auch dem weisen Vogt es allemal, wenn er mir Geld bringt, bekennen, dass ich damit weiterkomme als im Bohnengschüch. Das schenkt er mir nie. Er ist ein guter Mann, aber ich kann nicht helfen. Er kommt mir immer vor wie der Bär aus dem Graben. Einmal lud er er zum Mittagessen ein, aber als es vorüber war, waren sie froh und ich noch mehr und seither ließ er es sein. Ich glaube nicht, dass ich zehn Worte gesprochen, der Hals war mir wie zugeschnürt, sie redete viel, besonders weltsch und war eines Weibels Tochter, daneben sehr geputzt. Oh, als ich endlich aus dem Hause heraus war, ich weiß noch jetzt nicht, wie, da war mir, als so dumm war ich in meinem Leben nie gewesen, wenn sie an mir das Maß für die anderen Pfarrersfrauen genommen haben, so geschieht diesen bitter Unrecht. Aber Gott lob, seither erhielt ich keine Einladung mehr und lebte vergnügt mein stilles Leben fort mit rechten Dank gegen Gott, bis er mich heimsuchte und ich es erfuhr, wie es mit dem Alleinsein nicht gemacht sei, wie dankbar ich jetzt dem Herrn sein müsse, der mir seine Engel sandte zur Stunde, als ich sie bedurfte. So erzählte uns die Frau Pfarrerin in mehr als einem Nachmittage, denn das Reden machte sie müde und tat ihr doch wohl. In ihrem wahrhaften Stillleben hatte sich doch viel bei ihr angesammelt. Das Herz war ihr voll geworden, ihr unbewusst, unsere Teilnahme erwärmte es, schloss es auf und sichtlich wurden diese Mitteilungen ihr zu einem eigentlichen Labsal. Erst jetzt erhielt ihr Leben eine feste Gestalt, sie konnte es sozusagen ansehen, hatte erst jetzt ihre Freude daran und ward Gott so recht innig dankbar dafür. Wir gestunden ihr offen, ein so vergnügt Leben sei uns nie vorgekommen, wir hätten es nicht für möglich gehalten. Besondere Glücksfälle kamen wohl nicht vor, aber was hatten sie zu bedeuten gegen ein andauernd vergnügliches Dasein in gegenseitiger Liebe? So eine Gabe, nur das Freundliche wahrzunehmen und wohl daran zu leben, bei großer Beschränktheit keinen Mangel zu empfinden, kein Gefühl zu haben für das Bittere, Giftige im Leben, gehe über alle Schätze der Welt, sei uns in der Größe noch nicht vorgekommen im Leben. Von Mal zu Mal entwickelte sich merklich ihr Geist und reifte, während wir uns nicht verhehlen konnten, dass der Körper schwächer werde. Und der Arzt, der erst die beste Hoffnung hatte, den Kopf zu schütteln begann. Sie aber schien dieses nicht zu bemerken, wenigstens wurde sie heiterer, man möchte fast sagen, es besonders in Gesprächen mit der Frau Landvögtin wie ein Schimmer von Mutwillen über ihr Wesen hin. Eines Nachmittags waren wir wieder bei ihr und wir waren eben mitten in einer sehr interessanten Gespenstergeschichte, welche die Frau Landvögtin aus ihrer Familie zum Besten gab, als die Frau Pfarrerin mit allen Zeichen des Schreckens ausfuhr und ausrief, um Gotts Wille, der Vogt, der Vogt, ich will unter die Decke und fuhr runter. Schlafen, schlafen, rief die Frau Landvögtin und so legte sich die Frau Pfarrerin statt vollends unterzufahren. Starke Schritte tönten gegen die Türe und eine schwere Hand polterte daran. Ehe ich noch herein rufen konnte, tat sich die Türe weit auf, wie vor jemand, der gewohnt, hinlänglich Platz zu haben, und unter derselben erschien mein lieber Vetter, blieb verdutzt da stehen, langsam sich zurechtfindend, ob er wohl am rechten Orte sei. Ich hob warnend den Finger in die Höhe, legte ihn auf den Mund. Verwundernd erkannte er mich, machte Anstrengungen auf den Zähnen näher zu kommen, aber vergebliche. Mit dem ganzen Fuß musste er abtrappen. Er wollte flüsternd nach der Frau Pfarrerin fragen, er habe vernommen, sie sei krank. Aber das ging auch nicht. Sein Lebtag hatte er das Flüstern nicht gelernt. Ich gab ihm leise zu verstehen, dass es sei ein wichtiger Schlaf. Aber er hörte nicht mehr gut und wollte mich nicht verstehen. Die Frau Landfügtin machte dazu ihr schlimmstes Gesicht, dass ich mich kaum halten konnte. Er hatte erst vernommen, dass seine Anbefohlene krank sei und war alsbald gekommen, um Anstalten für den Transport in den Spital zu machen. Als er vernahm, dass die Frau Pfarrerin und jene von der Post Gleiche sei, die Krankheit also von lange her schon, sah er mich giftig an und wunderte sich, dass niemand den Verstand gehabt, an den Spital zu denken. Vermögen sei kein Star, ohne Zuschüsse von der Gesellschaft vermöge sie nicht daheim krank zu sein, aber ehe die Gesellschaft etwas zahle, müssten die vorhandenen Hilfsmittel benützt werden. Das könne er nicht verantworten, man hätte es ihm auf jeden Fall sollen sagen lassen. Er hätte erwartet, dies fiele mir bei. Auch hätte es ihn gefreut, wenn ich selbst gekommen wäre, er hätte lange nicht die Ehre gehabt, mich zu sehen. Zum Glück merkte er selbst nicht, wie laut sein Flüstern geworden, er hätte sonst gegen den Schlaf der Frau Pfarrerin Verdacht schöpfen müssen. Aber sie schien bombenfest zu schlafen. Mit dem Gesicht gegen die Wand gekehrt, lag sie so stille da, wie gestorben. Die gute Frau hatte eine sehr schlimme Nacht, ich bin doch sehr froh, dass sie einmal wieder recht schlafen kann, sagte ich. Wenn es der Vetter erlaubt, so komme ich morgen zu ihm und will ihm sagen, warum man sie nicht in den Spital transportierte und warum es auch jetzt noch nicht geschehen kann. Das wird doch sein müssen, sagte er, das ist nur Meisterlosigkeit und wer zahlt? Enfin, Vetter, morgen um welche Zeit ist es euch am liebsten? Es wird mich freuen, sagte er, aber an der Sache wird das nichts ändern, Ordnung ist Ordnung. Bürger, die nicht Vermögen haben, werden im Spital verpflegt. Es sie ist eine Bürgerin, ist krank, hat nicht Vermögen, also gehört sie ins Spital. Ordnung ist Ordnung, Bäsie, und für die Kranken wird gesorgt wie in wenig Privathäusern. Landfögt wären froh, wenn sie immer diese abwart hätten. Kaum war die Türe hinter ihm zu, so ließ die Frau Landfögtin ihre Burgerlust über die Hiebe, welche er ausgeteilt los. So seien die Burger am schönsten, in ihrer Pflicht Treue und ihrer Rücksichtslosigkeit bei der Füllung derselben. So ein rechter Berner Burger nähmte unbsint den Teufel bei den Hörnern, wenn er sich ihm in den Weg stellte in Ausübung seiner bürgerlichen Rechte und Pflichten. Weinerlich drehte sich die Frau Pfarrerin um, der Mut Willen war ganz verflogen. Sie machte sich ein Gewissen mit der Verstellung, aber um alles in der Welt hätte sie kein Lebenszeichen von sich geben dürfen. Das gibt mir auf mein Gewissen, sagte die Frau Landvögtin, daran trage ich nicht schwer. Späße sind ja wohl erlaubt, besonders wenn sie Ärgernissen vorbeugen, überhaupt ungutes Verhüten, von dem man nachher wollte, es wäre nicht. Am folgenden Morgen machte ich mich auf zum Vetter. Er war gar nicht wegen Vögeli ihrer Schüchternheit, dem Bedürfnis von Stille hatte er gar keine Ohren. Aber sagte er, gewöhnt hat sie sich bald und verpflegt wie dort wird sie nirgends und ohne dass sie es einen Kreuzer kostet. Ich sagte, einstweilen habe sie Geld genug und lange werde sie es kaum mehr machen. Und wenn sie es noch lange macht und kein Geld mehr da ist, frug er, spare sie es jetzt, so kann sie es immer noch später brauchen, wenn es gebraucht sein muss, was aber nirgends geschrieben steht. Nun rückte ich mit der schweren Batterie vor. Bei ihrer Schwäche stünde ich für gar nichts, wenn man sie wieder will und ohne Not in den Spital transportiere und ob er es auf sein Gewissen nehmen wolle, wenn er so um nichts und wieder nichts, bloß um etwas zu erzwingen, das nicht nötig gewesen, eine Person töte? Bäsi, sagte er, das verstehen die Frauen nicht. Wo man seine Pflicht tut, da hat man sich vor dem Gewissen gar nichts zu fürchten und Ordnung ist Ordnung. Indessen, damit ihr seht, dass ich nicht eigensinnig bin, so will ich es der Waisenkommission vortragen. Was und ich rede mit dem Arzt und was dann der sagt, das geschieht, Vetter. So, sagte er, also mit der Waisenkommission wollt ihr es probieren? Wenn sie will, aber sie wird nicht wollen, mein Arzt ist der Frau Pfarrerin Arzt und der Arzt ist Mitglied eurer Waisenkommission und jetzt Vetter, was meint ihr? Ja, sagte er, wo die Weiber die Nase in einer Sache haben, da ist es aus mit allem Verstand. Nun, der gute Herr Vetter musste sich diesmal da reinschicken, dass es nach Weiberköpfen ging und nicht nach seinem. Es war auch ganz vernünftig so. Die Frau Pfarrerin schien eine Natur gehabt zu haben von äußerst schwacher Art. Die gesund schien, solange die Tage in stiller Einförmigkeit über sie weggingen, die aber harte Stöße nicht zu ertragen vermochte. Auch möglich, dass in ihrem Wesen sich schon lange der Krankheitsstoff eingeschlichen hatte, ohne dass sie es selbst bemerkte, der erst nach der groben eidgenössischen Zärtlichkeiten Bahn erhielt und sich geltend machen konnte. Was es war, weiß ich eigentlich nicht, denn die Ärzte titillieren die Krankheiten nach ihren eigenen Köpfen. Was der eine ein Schleichfieber nennt, dem sagt ein anderer Schleimfieber. Wissen sie mit etwas nichts zu machen, so sagen sie ihm Grippe. Und was ihrer Kunst den Weg vorläuft, dem sagen sie galoppierende Schwindzucht. Den einen plagen die Hirnentzündungen im Traum, andere glauben nur an Herzerweiterungen, die dritten reden bloß noch vom Rückenmark und wenn ihnen der Verstand ganz still steht, so sagen sie, es fehle in den Organen, aber sie könnten in Gottes Namen nicht darüber kommen, in welchem. Daher werde ich mich wohl hüten zu sagen, was die Frau Pfarrerin eigentlich gehabt, damit nicht jeder Arzt sage, es sei nicht wahr, sie hätte dies gehabt oder jenes oder es sei eigentlich gar nichts gewesen, aber man habe sie offenbar verpfuscht, nur wisse er nicht wer, ob der Arzt oder die Weiber, wahrscheinlich beide zusammen. Sie lebte scheinbar auf, doch nur geistig. Sie wusste sich viel inniger auszudrücken, ihre Gefühle schienen lebhafter als früher. Sie redete viel von einem Reischen ins Bohnen kschüch, sobald sie genesen sei. Sie hätte ein Recht Heimweh nach ihres guten Manns selig Grab, möchte sehen, wie die Bäume gewachsen, möchte wissen, ob die Leute sie noch kennten ihrer Gedächten. Wenn ich ihr vom Markte was heimbrachte als Geschenk eines Markweibes, so freute es sie wie ein Kind. Sie konnte vor Freude darüber weinen. Allgemach verscholl sie aber auf dem Markte. Es wird am Ende alles vergessen, aber um ihr nicht wehe zu tun, ließ sie es nicht merken, sondern brachte ihr fort und fort die Andenken. Und ein jedes war eine Labung für sie. Auch diese Täuschung gab ich der Frau Landvogtin aufs Gewissen und sie nahm sie gerne. Es gehe zu allem anderen, sagte sie. Am rührendsten war ihre Zärtlichkeit zu ihrem Vögeli. Sobald morgens die Aufwärterin wach war, musste sie es aus dem Käfig lassen und den ganzen Tag über entfernte es sich wenig von ihrem Bette und flattierte und sie stürbe nicht ungerne, sagte sie zuweilen, wenn es sein müsste und das Vögel nicht wäre. Es ginge niemand auf der Welt übel, wenn sie nicht mehr wäre als gerade dem Vögel sie wüsste wohl, wir würden es nicht verhungern lassen und es so gut besorgen, als wir es verstanden. Aber einmal nun liebe es sie, so könnte es niemand mehr lieben wie sie, in die alte Heimat wäre sie auch gerne noch einmal gewesen, doch an dem hange sie nicht, wie der Herr wolle, sie schicke sich gerne da rein. Es war der Wille des Herrn, dass sie sterbe. Eines Morgens, als eben die Sonne ihr Stübchen vergoldete, schied sie leise, ohne schweren Atemzug. Bloß das Vögeli, das auf ihrem Kopf saß, merkte ihr Scheiden, flatterte ängstlich um ihren Kopf herum, setzte sich auf ihre Achsel, schlug so laut es konnte seine Triller, pickte dann und zerrte, als ob es sie wecken wolle. Und als es sie nicht wecken konnte, setzte es sich trübselig aufs Hauptkissen, flatterte von Zeit zu Zeit über sie hin, setzte sich, wenn es schon immer so still und unbeweglich sah, der Ort, sträubte schon nachmittags sein Gefieder und als man es mit Sonnenuntergang wie üblich Zädel tragen wollte, war es schon für immer Zädel gegangen. Tod lag es auf ihrer Achsel, wo es im Leben so viel gesessen war. Es war seiner guten Herren nachgegangen. Ihre Liebe zu missen, vermochte es nicht einen Tag lang. So innig hängt wohl selten der Mensch am Menschen. Man vermisst einander wohl, aber selten werden die Herzen wahrhaft blutig gerissen, geschweige, dass sie sterben. Nun, eine Lücke riss ihr Verlust auch in mein Leben, wie ich sie selten empfunden. Darüber mein Vetter sich nicht wenig ärgerte. Er könne nicht begreifen, was mir da sollte zu Herzen gehen, sagte er. Wir seien ja gar nicht verwandt, nicht einmal von der Manchen Monat dauere unsere Bekanntschaft und da sei ein Nötlichtun, das nicht natürlich sei, sondern affektiert, unnatürlich, sentimental. Die Herren von der Waisenhauskommission fänden es auch so und hätten sich sehr aufgehalten darüber. Beim Mangel an allen Verwandten nahm niemand von ihrem Tode Notiz als die Herren von der Waisenhauskommission. Sie füllten auch die Kutsche, welche hinter ihrem Sarge herfuhr. Ihr Scheiden machte also keinen Lärm auf Erden, ging ganz stille vorüber. Desto größere Freude wird im Himmel gewesen sein bei den Engeln, die schon lange sie kannten und liebten, als sie zu ihnen kam, mit ihnen den Herrn zu loben und zu preisen, wie es nur die reinen Seelen vermögen.